Ja, und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 30. Juli 2019. Ja, langsam darf man schon sagen, dass wir schon zum Ende des Sommers kommen. September, Oktober, dann wird es doch schon wieder frischer und Herbst steht an. Also genießt draußen die schönen Tage. Herzlich willkommen hier, wie gesagt, im interaktiven Redesprachportal von OG Talk, der Talk von Mensch zu Mensch. Interaktiv sind wir heute wieder unterwegs. Das heißt, ihr dürft uns anrufen mit der Landesvorwahl 0043, das Festnetztelefon aus Österreich. Schaut auf eure Tarife 720 51819 und die 7. Und Peter Zimmermann ist heute bei uns auf OG Talk und er hat heute ein Buch, was er vorstellt. Mit Alicia, unsterblich. Und Peter Zimmermann war vor circa zwei Jahren schon immer wieder bei uns und hat einiges an Sendungen gemacht. Er hat dann auch gesagt, dass er am Buchschreiben ist und hat auch seine Pause genutzt, wohl für sein Werk, was er uns heute auch uns näher bringen möchte. Ja, und ja, das ist erstmal das A und O für euch. Draußen, wie gesagt, der Chat ist geöffnet, wo ihr einsteigen könnt. Ganz belanglos, wenn ihr ein Konto habt. Sonst registriert euch Wunschname und E-Mail-Adresse. Ja, und wir freuen uns auf eure Feedbacks, Verbesserungsvorschläge etc. Wir haben einen Artikel vorbereitet von Peter Zimmermann und da gehe ich jetzt mal ganz kurz drauf ein, damit wir wissen, heute Abend, was ungefähr passiert hier. Wie wird sich die Menschheit bis zum Jahr 2060 entwickeln? Der spannende Zukunftsroman Alicia, unsterblich, gibt Antworten. Der österreichische Kunsttherapeut, Coach und Zukunftsforscher Peter Zimmermann gibt in seinem Roman Einblicke in gesellschaftliche Zukunftsszenarien und rüttelt die Lesenden mit seinen Theorien regelrecht auf, sich kritisch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Wie in den USA, man schreibt das Jahr 2018 bis 2016, Alicia Sanbori, die Ich-Erzählerin, man könnte sie auch als Randfigur der Gesellschaft bezeichnen, ist Wissenschaftsjournalistin und Medium. Seit ihrer Kindheit besitzt sie die Fähigkeit der Präkognition, Hellsichtigkeit. Alicia begegnet auf ihren Zeitreisen unter anderem einer Quantenphysikerin aus Silicon Valley und eine Zukunftsforscherin und sie entscheidet sich, ihre Erfahrungen in der Publikation Alicia und Sterblich einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Lesenden werden dabei mit Zukunftsversionen konfrontiert, schildert Autor Peter Zimmermann. Ich wollte mit dem Roman der Frage nachgehen, welche Entwicklung die Menschheit in allen relevanten Bereichen des Lebens bis zum Jahr 2060 durchmachen werden. Von wirtschaftlichen Aspekten, Gesundheit, Umwelt, sozialen Systemveränderungen bis hin zur Friedenspolitik. Dabei habe ich mich auch intensiv mit der Zukunftsforschung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie, sozial-kulturelle Entwicklung, Bildung und Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität und Ganzheitlichkeit auseinandergesetzt. Peter Zimmermann könnt ihr kontaktieren über die E-Mail-Adresse peterzimmermann zusammengeschrieben 771, alles ohne Leerzeichen, at gmail.com. Findet ihr, wie gesagt, auch unter der Rubrik Artikel, ganz neu eingegangen. Gestern Abend haben wir ihn geschrieben und jetzt würde ich doch mal sagen, hier im Studio ist der Jenne, der Roman und jetzt gerade noch hinzugekommen der Marc. Vielleicht sagen wir nochmal ein Hallo auch dorthin. Guten Abend Jenne und auch Roman und Marc. Ja, schönen guten Abend zusammen. Guten Abend Peter. Eine Freude, die wir heute haben, wieder zuzuhören. Ja, hallo Peter und hallo Klaus und selbst natürlich auch liebe Okidok-Freunde. Bin ich auch schon gespannt, wo die Menschen, der Mensch an sich heute hinwandern wird, zu einem siebegabten Menschen, zu einem Pseiborg oder gibt es da sogar eine Mischung dazwischen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja, und der Marc ist da und Marc, bitte. Einen wunderschönen guten Abend. Ein Buchautor hier mit einer so entspannenden Geschichte. Unendlich Leben, mehrere Leben, Präkognition. Ich bin gespannt. Und jetzt rufen wir ihn aus Wien. Peter Zimmermann. Wie geht es dir? Was hat sich so getan? Lange warst du nicht bei Okidok und ich freue mich, dass wir uns wieder getroffen haben. Und heute deine Präsentation, was du schon vorher angekündigt hast. Du warst fleißig in der letzten Zeit und hast dein Werk vollendet. Und ich freue mich, dass du heute über dein Werk auch reden möchtest. Ja, guten Abend, liebe Okidok-Freunde. Danke für die Einladung, Klaus. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf und hier über meinen neuen Roman ein bisschen was erzählen darf. Und heute werde ich Auszüge daraus lesen. Wir haben es im Vorfeld schon besprochen. Das werden so ungefähr drei so Leseblöcke sein. Dazwischen gibt es dann die Möglichkeit, auch vielleicht Fragen zu stellen, wenn man das eine oder andere hinterfragen will. Ja, und bevor ich jetzt gleich in den Text einsteige, möchte ich vielleicht kurz noch erwähnen, wie ich zu diesem Roman gekommen bin. Weil, ja, die Unsterblichkeit, die beschäftigt ja die Menschheit schon seit ewiger Zeit, auch die Angst vor dem Tod beschäftigt uns. Und wie es der Zufall so will, oder es ist mir zugefallen, bekam ich ein Buch in die Hand vom Ray Kurzweil. Den werdet ihr vielleicht kennen. Die ein oder anderen kennen ihn vielleicht. Der Ray Kurzweil ist ein Wissenschaftler aus Silicon Valley. Er ist auch Multimultimillionär und Professor an vielen Universitäten. Also er ist so ein bisschen ein Genie-Typ, Biologe, Physiker, was weiß ich, was alles. Und der Ray Kurzweil hat sich also wirklich in den Kopf gesetzt und setzt das auch in die Tat um. Das beschreibt er in seinem 600 Seiten starken Buch Menschheit 2.0. Wie er es zustande bringen will, dass der Mensch, also auf der körperlichen Ebene, nicht mehr sterben kann. Und also ich unterstelle jetzt einmal, dass der Ray Kurzweil, sonst wäre es nicht Silicon Valley, daraus ein gutes Geschäftsmodell machen will. Denn diese Forschung, da hat er schon sicher zig und hunderte Millionen reingesteckt. Da arbeiten unheimlich viele Forschungsteams daran. Ray Kurzweil, der ist, glaube ich, so in meinem Alter vielleicht ein paar Jahre jünger, also so 60 plus herum. Und er möchte das ja selbst noch erleben. Also er sagt, er möchte bis 2050, 60 und er lebt nach seinen Angaben sehr gesund, sagt er. Er möchte die Unsterblichkeit erleben und darum arbeitet er sehr intensiv an diesem Projekt. Wie er das erreichen will, also so bevor ich jetzt in den Lesestoff einsteige, Ray Kurzweil arbeitet, also dieses Team arbeitet daran mit Nanoboots. Das sind extrem kleine Recheneinheiten, also so 10 hoch minus 9 bis noch kleiner, werden da in die Blutbahn eingeschleust. Ich nehme auch an, dass sie vielleicht in Richtung Quantencomputer gehen. Und diese Recheneinheiten, die sind so programmiert, dass sie, wenn man so will, Bakterien, Viren, Krebszellen etc., also alle krankmachenden Zellen aufstöbern im Körper und die neutralisieren. Ja, selbst das Sterben der Zelle verhindern wollen. Also wenn die Zelle stirbt, stirbt ja auch der Körper. Also wenn man das zusammenbringt, dass die Zelle am Leben bleibt und keine Krankheit den Körper sozusagen zu Tode bringt, dann steht ja dem ewigen Leben, also der Unsterblichkeit, ja nichts mehr im Wege. Und ich muss sagen, ich habe das vor Jahren gelesen, dieses Buch, und ich war schon ein bisschen, nein, jetzt ist das übertrieben, aber daran wird wirklich gearbeitet. Das ist nicht Science Fiction in Silicon Valley. Und wenn man Silicon Valley kennt, also die puttern da nicht nur Millionen in ein Projekt und wollen dann keinen Profit. Darum unterstelle ich, dass das sicher ein tolles Geschäftsmodell wird. Und am Anfang, wenn sie es schaffen, dass der Körper nicht sterben kann, werden sich das nur die großen Multimillionäre leisten können. Naja, und das war halt so ein bisschen ein Input, das hat dann noch ein anderes Buch gegeben, da komme ich dann auch darauf zu sprechen, ein Input für meinen Romanstoff, wo wir gesagt haben, okay, ich habe halt dann den literarischen Kunstgriff gemacht, dass ich eine Figur kreiert habe, die Astralreisen, also Zeitreisen machen kann, für jene, die sich in der Spiritualität und im Geistigen ein bisschen auskennen, wissen, dass das an und für sich möglich ist. Man kann Zeitreisen machen, wenn man diese Fähigkeit trainiert und ein medialer Typ ist, oder dann ist das möglich. Das ist also eigentlich auch nicht Science Fiction, aber ja, ich habe mir gedacht, ich lasse eine Figur in das Jahr 2060 reisen und diese Figur kann dann eben unterschiedliche Wissenschaftler, also diese Figur ist Wissenschaftsjournalistin, das ist die Alicia, und diese Wissenschaftsjournalistin ist natürlich neugierig und die will wissen, wie schaut die Welt 2060 aus, ist das wirklich Realität geworden, wie schaut, wie wird sich die Menschheit entwickelt, wie die Ökonomie, wie die Ökologie, die Umwelt und so. Wir wissen ja, dass wir zurzeit, glaube ich, in sehr turbulenten Zeiten leben, da kann sehr viel passieren. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, das war die Motivation, weil es mich also, und ich habe halt dann in diese Richtung auch wirklich recherchiert, sehr viel recherchiert, die meiste Zeit, eigentlich, wenn man so ein Buch schreibt, nimmt die Recherche in Anspruch, man muss dann viele Bücher lesen und viel nachgooglen und schauen, was könnte passieren, das ein bisschen hochrechnen, etc. Natürlich, es ist ein Roman, nach wie vor, ein Roman, der halt versucht, die Zukunft bis 2060 abzubilden, was wird da passieren, und was können wir noch machen, um vielleicht das Gröbste zu verhindern. Ja, soviel jetzt zum Inhalt. Und ja, wenn es jetzt für euch okay ist, steige ich jetzt in den Text ein und werde mir so den ersten Kapitel von den drei lesen. Das wird so vielleicht etwa 15, 20 Minuten dauern. Und vielleicht gibt es da Fragen, wenn nicht, dann kann ich ja da fortsetzen. Also wie gesagt, wir haben 365 Seiten zur Verfügung. Das schaffen wir in der Zeit nicht heute. Aber ja, ich kann da ohnehin nur immer einen kurzen Auszug davon bringen. Das Schwierigste ist, immer die richtigen Stellen zu bringen, dass man da vielleicht ein Bild davon bekommt. Aber ich habe mich bemüht und am besten, ich fange jetzt gleich einmal mit dem ersten Teil an. Und der erste Teil, der beginnt so, damit die Alicia ist schon in ihr Zwischenlager gereist. Das ist ein Haus im Stadtrand von Wien, das auch in der Zeit von 2060 spielt, dieser Text jetzt. Und in diesem Haus, da hat sie einen Hausroboter im Jahr 2060 und eine Haussekretärin. Die Haussekretärin ist natürlich digital. Die gibt es ja jetzt schon mit der Alexa und so bei Google und was weiß ich oder bei Amazon. Ich weiß gar nicht, wo das alles ist. Und die Alicia steigt da ein. Die Alicia will jetzt ihre erste Wissenschaftlerin. Das ist eben, im Roman ist es eine Frau, nicht der Ray Kurzweil, sondern die Frau Professor Langthaler, die eben Silicon Valley an der Unsterblichkeit arbeitet. Und Alicia hat mit ihr einen Interviewtermin in einem Zug von Wien nach Paris vereinbart. Und genau an dieser Stelle möchte ich jetzt gerne einmal einsteigen, wie sie sich vorbereitet auf diese Zugfahrt. Und dort trifft sie dann die Frau Professor Langthaler und möchte mit ihr über die Unsterblichkeit sprechen. Also die Alicia fragt ihre Sekretärin, sie heißt Cynthia, wann fährt denn der Zug ab nach Paris? Cynthia antwortet, um 11.47 Uhr vom Hauptbahnhof Wien nach Paris. Gardu Nord, Gleis 12, First Class, Security Abteil 13. Zwei Personen, Fahrtdauer 4 Stunden und 43 Minuten. Kurzer Zwischenstopp in Salzburg, München, Karlsruhe und Straßburg. Danke Cynthia, Langthaler kontraktieren und Termin bestätigen lassen. Bereits geschehen Alicia, habe okay erhalten. Alicia sagt zu sich, ich steige aus der Dusche, lege meine mit Mikroprocessoren bespickten Kontaktlinsen ein, aktiviere sie aber noch nicht und sehe auf den holographischen 3D-Bildschirmen über den Spiegel laufen bereits die Vienna Science News, welche von einer sehr hübschen Nachrichtensprecherin vorgetragen werden. Leider ist sie nur eine perfekte Animation. Dafür arbeitet sie 24 Stunden, fast kostenfrei und ohne Betriebsrat. Also diese Nachrichtensprecherin, diese Animation bringt jetzt die Kurznachrichten. Versorgungsengpässe auf dem Mars verursachen Absinken der Buchungszahlen, berichtet die Weltraum-Lift-Gesellschaft. Da sich die Unfallhäufigkeit von Fahrzeugen, welche durch Lenkerinnen bzw. Lenker selbst gesteuert werden, immer noch steigert, wurden die Versicherungsprämien für Selbstfahrer um 10 Prozentpunkte erhöht. Der Absturz von zwei Drohnentaxis im Süden von Wien forderte drei Todesopfer und vier Schwerverletzte. 90 Prozent der Autofahrerinnen nutzen bereits Shared E-Cars. Führerlose öffentliche Verkehrsmittel verursachen um 76,7 Prozent weniger Verkehrsunfälle. Die Aktivitäten der New Commons, das sind Zusammenschlüsse von Non-Profit-Organisationen, diese Aktivitäten steigen weiterhin an. Weltweit gibt es zurzeit über drei Millionen dieser Non-Profit-Organisationen. Auf den konservativen Börsen, wo nur mehr wenige Multikonzerne notieren, fallen hingegen die Kurse täglich um 2,5 Prozentpunkte. Die Gewerkschaft IG Digital kämpft immer noch um die 15-Stunden-Woche. Die Steuern für KI-Roboter, das sind künstliche Intelligenzsysteme, wurden um 5 Prozentpunkte erhöht. Das Grundeinkommen für alle wurde um 2 Prozentpunkte angehoben. Die Weltfriedensarmee steht kurz vor der Befreiung von ganz Afrika. Der Konsumkapitalismus hat sich offensichtlich selbst in sein Grab geschaufelt, denkt Alicia mit einem Schmunzeln auf ihren Lippen, während sie sich angeidet. Wie wird sich die Menschheit entwickeln? Geht es, Alicia, sie spricht hier in der Ich-Form, geht es mir in den Kopf? Ich muss unbedingt mit einer Person reden, die kompetent in Sachen wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung ist. Was geschieht mit diesen Planeten in diesem Jahrhundert? Meine Recherchen haben ergeben, dass künstliche Intelligenzen nicht nur sehr nahe an den Fähigkeiten unseres Großhirns herankommen, sie werden eines Tages sogar diese Gehirnleistungen bei weitem übertreffen. Einige Wissenschaftler arbeiten jetzt schon an der Realisierung von digitalen Gehirnimplantaten. Das sind ATO-Prozessoren. Diese ATO-Prozessoren haben eine Größeordnung von 10 hoch minus 18. Also sehr klein oder kleiner als sehr klein. Kombiniert mit unseren organischen Hirnzellen könnte das eine interessante Verschaltung ergeben. Der menschliche Roboter wird sichere Realität. Transhumanismus ist der neue Begriff. Problematisch wird es dann, wenn es der Wissenschaft gelingt, die Singularität zu realisieren. Damit ist jener Zustand eines Roboters oder eines Transhumanen gemeint, in dem sich dieser mittels künstlerer Intelligenz erstmals insofern selbst immer wieder optimieren kann, bis er uns Menschen bei weitem überlegen ist. Ich finde das schon sehr beunruhigend. Wie kann man so ein intelligentes Monster dann noch kontrollieren? Ist der Transhumanismus dann das Ende der Evolution? Wie werden die biologischen Grenzen unseres gesamten Körpers sprengen? Die Sterblichkeit wird kontrollierbar werden. Man rechnet damit, dass die menschliche Intelligenz durch die künstliche Intelligenz um das Millionenfache übertroffen wird. Es wird keinen merklichen Unterschied mehr zwischen Mensch und Maschine geben. Transhumanismus nennt man dann diese Verschmelzung. Müssen wir das Verhältnis Mensch-Maschine neu definieren? Ein gewaltiger Paradigmenwechsel, was unser Welt- und Menschenbild betrifft, steht uns bevor. Ein Albtraum? Es könnte für die Menschheit allerdings auch eine große Errungenschaft sein, vielleicht aber auch die letzte. Ich weiß, viele Wissenschaftlerinnen glauben, Multikonzerne als Besitzer von Suchmaschinen arbeiten auch schon daran, dass der technische Fortschritt die künstliche Intelligenz in die Gehirne einschleusen wird. Sie glauben tatsächlich, dass dieser sogenannte Transhumanismus die großen Probleme der Menschheit wie Hunger, Armut, Krankheit und Tod lösen wird. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird, dass sogenannte künstliche Übermenschen die Herrschaft über diesen Planeten übernehmen. Wird der Homo Sapiens Digitaliens tatsächlich Realität? Die Zeit drängt. Ich spüre, wie ich in die nächste Trance versinke. Ich muss aufbrechen. Martin, mein Roboter, checkt noch ein Drohnentaxi für mich. Es herrscht nicht der Luftverkehr zum Bahnhof. Dass diese Dinge nicht pausenlos aneinander krachen, verblüfft mich. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt, ohne Pilot durch die Lüfte zu gaiten. Es ist schon ein tolles Erlebnis. Nur selber fliegen wäre vielleicht schöner. Der große Vorteil dieser Taxis ist, sie verbrauchen nur Sonnenenergie und sind bis auf ein leises Surren kaum zu hören. Allerdings Ich bin sichtiger, mehr habe ich jetzt nicht verstanden, und Raussetzer? Aha. Ich bin sichtlich etwas aufgeregt, als ich am Dach des Hauptbahnhofs angekommen bin. Mein Navi auf meinem Iris-Display führt mich zum richtigen Bahnsteig. Ich nehme mein Abteil im Zug nach Paris in Augenschein und bin erleichtert. Es ist das richtige Abteil. Der Iris-Scanner hat mich als Fahrgast identifiziert und die Tür entriegelt. Es war nämlich so, bei meiner letzten Bahnfahrt nach München hatte das Navigationssystem auf meinen Iris-Schirm ungenaue Angaben gemacht. Ich war in den falschen Zug eingestiegen. Deshalb öffnete das digitale Check-in-Control-System, kurz ZIX genannt, die Abteiltüre auch nicht. Ich fahre immer mit Zügen mit Security-Systemen. Ich setze mich mit Blick in die Fahrtrichtung. Es ist 11.40 Uhr. Noch sieben Minuten. Von Professor Langthaler ist noch nichts zu sehen. Mein zentrales Nervensystem meldet leichte Unruhe. Während ich meinen Fragenkatalog vor meinem geistigen Auge kurz überfliege. Langthaler? Woher sie wohl kommt? Egal. Ewiges Leben. Den Tod besiegen. Und ich frage mich, wie so oft in letzter Zeit, würde ich ewiges Leben für mich in Anspruch nehmen wollen? Schon etwas unheimlich, dieser Gedanke. Jopfgeräusche am Abteilfenster stören meine Betrachtungen. Ich erkenne Frau Professor Langthaler sofort. Martin hat mir alle Infos auf den Holoschirm geschickt und öffne am Display die Abteiltüre. Sie sind es doch. Das hoffe ich zumindest, Frau, fragt eine freundliche Damenstimme durch die geöffnete Tür. Oh ja, Frau Professorin, sorry. Ja doch, Sambori, sehr erfreut. Und ich schüttle etwas unbeholfen die Hand von Frau Professor Langthaler. Ja, dann wollen, ich meine, nehmen Sie doch Platz, natürlich. Wollen Sie vielleicht meinen, nein, nein, lassen Sie nur, Frau, ach, ich habe Ihren Namen, mit den Namen. Ich sitze gern mit dem Rücken in Fahrtrichtung. In meinem Alter kann man weit zurückblicken. Ja gut, fangen wir an. Wie viel Zeit haben wir? Stellen Sie doch Ihre Fragen, Frau. Beim letzten Upgrade meiner Brain Software ist wohl mit meiner Memor-Lab was schiefgelaufen. Kein Problem, ich heiße Alicia Sambori, wie einer seins. Sagen Sie einfach Alicia, wollen Sie Kaffee, Tee, Wasser, Kräutertee bitte, obwohl mein Bedarf an Flüssigkeit ist ja für heute schon gedeckt. Aber ein Tässchen Tee geht sich immer noch aus. Ich bestelle am Display im Abteil zweimal Kräutertee und einen Orangensaft. Entschuldigen Sie, Alicia, sagen Sie doch, ich habe von Ihnen noch kein Bild, deshalb ist der Zugriff auf den biologischen Hippocampus erforderlich und somit fehleranfällig. Sie nehmen sicher schon alles auf, aber bitte nur Audio und keine externen Verbindungen. Ich sehe Ihre Kameras auf Ihrer Iris. Legen Sie los. Ich werde versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten. Wie viel Zeit haben wir? Ah, vorerst noch eine Bewerbung, Frau Professor. Ich bin eine Zeitreisende aus dem Jahr 2018. Vielleicht haben Sie deshalb kein Bild von mir. Zur Zeitfrage. Wir haben vier Stunden mit Pausen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Professorin. Wenn Sie gestatten, dann gleich zur ersten Frage, bevor wir uns mit dem Kernthema der Unsterblichkeit befassen. Wann wird die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz übertreffen? Oder besser noch zuvor, was verstehen Sie unter künstlicher Intelligenz? Also eine Zeitreisende sind Sie. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich sehr gut. Sehr amüsant. Sie meinen das ernst, wenn ich Ihren Blick trauen darf. 2018, sagten Sie. Ich erinnere mich noch gut an diese Zeit. Da haben Sie ja noch einiges vor sich. Nun, zu Ihrer Frage der künstlichen Intelligenz. Ach ja, meine Liebe. Ich denke, wir sollten vorerst die künstliche Intelligenz, die in Robotern steckt, nicht verwechseln mit der künstlichen Intelligenz, die wir mittlerweile in unsere Gehirne integrieren können. Ich rede hier von Quantencomputertechnik, die wir von den biologischen neuronalen Schaltvorgängen im Gehirn nicht mehr getrennt sehen können. Der transhumane Mensch, also wenn Sie so wollen, halb künstlich, halb biologisch, ist schon seit geraumer Zeit existent. Einer von diesen sitzt vor Ihnen. Und? Ich bin nicht alleine. Wir sind schon eine beachtliche, zugegeben, quantitativ noch unbedeutende Menge, versteht sich. Aber wir sind im Wachsen. Und? Um Ihr Staunen noch etwas zu steigern. Wir sind heute unsterblich. Also sagen wir zu 99,9%. In ein paar hundert Jahren werden wir es dann tatsächlich wissen, was Sie heute behaupten, sagte Frau Langthaler mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Verzeihen Sie, Frau Professorin, das muss ich mir erst auf der Zunge zergehen lassen. Das muss ich erst auf die Reihe bekommen. Sie behaupten tatsächlich, Sie sind unsterblich. Das heißt, Sie werden ewig leben? Ja, meine Liebe, davon gehe ich aus. Wissen Sie, wir arbeiten schon seit zig Jahren an diesem Projekt. Den Durchbruch schafften wir damals, muss ich ja fast schon sagen, so um das Jahr 2025, als wir die ersten Atos herstellen konnten. Die wir dann als Prozessoren tatsächlich in die menschliche Blutbahn einschleusen konnten. Das sind kleinste Recheneinheiten auf Quantenebene. Oh, verstehe, Ihr ratloser Blick sagt mir, Sie haben mit Quantenphysik nicht viel. Wie soll ich sagen? Am Hut, stimmt, Frau Professorin. Ich bin, was Physik betrifft, sehr talentfrei. Aber ich bitte Sie, kein Problem, meine Liebe. Ein Atto ist ein Trillionstel Meter, also 10 hoch minus 18 Meter, wenn Ihnen das eine Vorstellung gibt. Bei dieser Größenordnung spielen Oberflächeneigenschaften gegenüber den Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere Rolle. Vielleicht kann man ganz allgemein sagen, alles ist immer in Fluss, immer in Veränderung. Wenn dem so ist, dann hat auch jedes Quant, das sind kleinste Informationsteilchen, wie Photonen zum Beispiel, Einfluss auf alle Quanten im Fluss. Wie darf ich Ihnen das erklären? Die physikalische Welt besteht nur aus Informationen, während Energie und Materie doch nur Oberflächenphänomene sind, die wir Menschen zweifellos wahrnehmen. Ein interessanter Ansatz, finden Sie nicht auch? Alicia denkt, ich nickte, habe aber nicht wirklich alles verstanden. Es ist für meinen Bericht auch nicht von essentieller Bedeutung. Ich beabsichtige schließlich, meine Leserinnen mit einem allgemein verständlichen Text zu informieren. Frau Langthaler macht aber unbeirrt in ihrer professoralen Art weiter. Sie müssen wissen, es sind auch diesbezüglich die quantenphysikalischen Effekte verstärkt berücksichtigt worden. Ich denke da an die Verschränkung und Synchronicität, aber das nur so am Rande. Damit will ich sie gar nicht erst belästen. Nun zurück zu den Atos in meinem Körper. Diese Atos sind, wie gesagt, so klein, dass Sie sie ohne Probleme mit dem Blutkreislauf einbringen können. Es sind im Molekularbereich gefertigte Quantencomputer. Wenn Sie so wollen, Sie können die vielfältigsten Aufgaben im Körper übernehmen. Zum Beispiel den Alterungsprozess der Zellenstoppen, neue Organe im Körper produzieren, wenn die Alten versagen. Oder unerwünschte Entzündungen, Bakterien, Viren oder bösartige Tumorzellen eliminieren. Diese Miniaturroboter sind, wie gesagt, in all unseren Körperteilen. Natürlich auch im Gehirn. Aber auch in der Umwelt. Werden auch unsere Gene, unsere DNA verändert? Wenn ja, sind die dann noch Individuum? Das Individuum, das wir waren? Ja, natürlich ändern sich unsere Lebensbausteine zu unserem Vorteil. Selbstoptimierung ist unser Weg. Der einzig richtige Weg. Aber bei allen Respekt, Frau Professorin, ob das ein Vorteil ist, wage ich zu bezweifeln. Ich verstehe Ihre Ängste, Alicia. Ich verstehe Sie sehr gut. Lassen Sie mich bitte weiter ausführen. Eine weitere große Errungenschaft für uns war die Erkenntnis, dass DNA-Moleküle auch als Speichermedium verwenden zu können. Während mich Frau Professor Langthaler mit Details der DNA überschüttet, merkte ich, wie der Zug langsamer wird. Blickte aus dem Fenster und sehe, wie riesige Getreidefelder von fahrerlosen Landmaschinen bearbeitet werden. Riesige Drohnen fliegen darüber hinweg, versprühen irgendein Zeug, warum auch immer. Daneben auf einem Feldweg sind wahrscheinlich KI-Roboter. Sie sehen alle sehr ähnlich aus und machen auch sehr ähnliche Bewegungen mit selbstfahrenden Rollstühlen zu vergleichen. In den Rollstühlen sitzen anscheinend gehbehinderte alte Männer und Frauen. Ist das die Altenbetreuung durch Androiden? Frau Professor macht mir Ihren Vortrag weiter. Wissen Sie, das Speicherpotenzial der DNA ist fast unerschöpflich. An die 100 Millionen Videos haben der DNA Platz. Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben und Sie können tausende Jahre überdauern. Kein künstliches Speichermedium kann da mithalten. Ja, diese biologischen Atos werden dort für uns Menschen ihren Job machen. Wir werden alles verwandeln, werden die ganze Vermüllung, die wir in uns über Jahrzehnte diesen Planeten zugemutet haben, beseitigen. Den Müll in brauchbare Rohstoffe verwandeln. Unsere Meere werden von Plastikmüllen befreit. Das wird unser Leben auf diesem Planeten retten. Glauben Sie mir. Diese Transformation haben wir uns von den Bakterien abgeschaut. Bakterien sind hochwirksame Transformierer. Indem wir also mit der neuen Atos-Technologie eine Partnerschaft eingehen, werden wir Milliarden solcher Atos in unseren Blutkreislauf haben. Diese winzlige Sorgen für unsere Gesundheit. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr krank. Selbst meine verkalkten Blutgefäße wurden gesäubert. So als keine Draufgabe beim letzten Service. Fand ich sehr nett. Wissen Sie, Alicia, diese Service-Roboter im Trans-Human-Service-Center sind ganz hervorragend programmiert. Die haben wirklich Stil. Sehr freundlich und äußerst respektvoll. Fehlerquote gleich Null. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kann mich noch an die alten Krankenhausambulanzen erinnern. Stundenlange Wartezeiten und überlastete Schwestern und Ärzte. Man wusste nie, wie man da wieder rauskommt. Alicia, schauen Sie mich an. In mir schwirren wahrscheinlich schon Billionen von solchen Atterdingern herum und mache einen hervorragenden Job. Bis jetzt sehr erfolgreich. Ich bin immerhin schon 130 Jahre auf diesem Planeten und habe mich ganz gut entwickelt. Oder? Biologisch entspreche ich einem Körper, der so um die 55 ist. Sie können Ihren Mund jetzt wieder zumachen, meine Liebe, und die nächste Frage stellen. Ich glaube es nicht. Sie hat ja recht. Ich hätte sie höchstens auf 45 Jahre geschätzt. Keine Falten im Gesicht, auch der Hals. Alles straff. Eine Frau in den besten Jahren. Sensat. Ja, Sie haben recht, Frau Professorin. Unfassbar. Ja, da haben Sie recht, Frau Professorin. Und dann hattest du einen Aussetzer. Aha. Ja, da bin ich wahrscheinlich von der Taste runtergekommen. Ja, Sie haben recht, Frau Professorin. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Das ist ja unfassbar. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wie sind Sie bei Ihren Forschungen auf die Bekämpfung der Ursachen des Alterungsprozesses gekommen? Ja, und damit, mit diesem letzten Satz, mache ich einmal für dieses Kapitel Schluss. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt da zu diesem Kapitel Fragen gibt. Wenn es keine Fragen gibt, kann man ja dann schauen, beim nächsten Kapitel, schauen wir uns das nächste Thema an. Ja, weiß nicht, gibt es zur Unsterblichkeit und zu diesen Visionen irgendwelche Bemerkungen? Hier, Marc möchte was sagen. Meine Frage ist, Peter, damit ich das verstehe, waren wir jetzt schon im Jahr 2060 oder war das ein anderes Jahr? Nein, das war schon 2060, ja? Dann habe ich das richtig verstanden. Super, das wollte ich nämlich nochmal zur Zeitlinie für die Zuhörer auch hier auf den Punkt bringen und auch für mich natürlich. Ja, Marc, dein Mikrofon. Willst du mal die Wahrheit schreiben, so musste sie in Märchen kleiden. Das ist von den Gebrüdern, Kim. Jetzt ist meine Frage, steckt hinter dem Roman, ist das eine fiktive Geschichte oder steckt dahinter vielleicht sogar, wenn sie es verladen mögen, wenn sie es nicht verstecken wollten, eine wahre Geschichte? Nein, das ist schon eine fiktive Geschichte. Aber wie soll man sagen, ich habe da sehr genau recherchiert, was möglich sein könnte und wohin die Entwicklung geht. Wie ich vorhin erzählt habe, Ray Kurzweil in Silicon Valley arbeitet tatsächlich daran. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es so in die Richtung ausgehen könnte. Also der Plan, Mikroprozessoren in die Blutbahn einzuschleusen, die so programmiert sind, dass sie uns am Leben erhalten für ewige Zeiten, der ist tatsächlich da. Ja, und Ray Kurzweil spricht sogar davon, dass es überflüssig sein werden wird, sich zu ernähren. Die Nahrung, die der Körper braucht, und in Wirklichkeit braucht er nur Lichtphotonen, die kann man sozusagen über die Prozessoren herstellen. Wir werden vielleicht trotzdem essen, weil Essen Lust bereitet, aber es wird nicht notwendig sein. Ray Kurzweil nährt sich heute schon, nach seinen Angaben, von über 130 Nahrungsergänzungsmitteln pro Tag, bitte. Also das wirft er sich rein, der isst eigentlich kaum mehr irgendeine feste Nahrung, weil er sagt, er weiß genau, was der Körper braucht und das kann er sich so zuführen. Ja, also insofern natürlich, aber an und für sich die Geschichte ist, ist natürlich schon eine Fiktion. Danke, Peter. Marc, noch was zum Nachhackeln? Ich hätte so viele Fragen, aber das vielleicht nach den Kapiteln über die Werke vorher. Wunderbar. Das wird später wohl, ne? Ja, gut, Marc, fragen wir nochmal Jeno und Roman. Habt ihr noch ein paar Wortmeldungen zum ersten Kapitel? Ja, ich finde, das ist sehr interessant und alles und Fragen ergeben sich schon, aber die Kapitel werde ich mir jetzt auch erstmal alle durchgeben. Ich meine, Anmerkungen vielleicht wegen der Gesundheit, wenn man mal die Tiere so betrachtet, ja, die brauchen keine Nanobots und alles. Bei denen ist höchstens einmal ein Unfall dann prekär das Verenden, aber ansonsten überstehen die die ärgsten Kältelagen und werden eigentlich so an sich nicht krank, wenn man mal die Haustiere raushalten lässt, die was wieder vermenschlichen, da bin ich schon, aber ja, das ist schon vielleicht einmal so ein interessanter Vergleich vielleicht, ob das wirklich zielführend ist, sich komplett futuristisch in einen Cyborg zu verwandeln. Ja, das ist eine ganz gute und sehr wichtige Frage, weil ich weiß nicht, ob sich die in Silicon Valley überlegt haben, was es denn wirklich bedeutet, wenn man unsterblich ist. Also ich stelle mir schon vor, also auf der einen Seite kann man natürlich nachvollziehen, dass Menschen, die im Reichtum schweben, die, was weiß ich, Immobilien haben, hohe Bankkonten und was weiß ich nicht alles besitzen, die meistens narzisstisch hoch besetzt sind, die sich sehr schwer tun mit dem Tod und sich von diesen Gütern zu trennen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wirklich weiß, dass ich unsterblich bin, also dass mein Körper sozusagen ewig gesund bleibt und auf einem gewissen Level auch bleibt. Also es macht ja keinen Sinn, wenn man als alter Tatterkreis ewig lebt, sondern man will ja, so wie auch da die Frau Professor Langthaler, die fühlt sich ja wie 45 oder 50 und ist ein gutes Alter und fühlt sich ja munter und frisch. Das andere ist, wenn man weiß, dass man nicht stirbt, dann kommen ja andere Ängste. Also das heißt, die Angst vor einem Unfalltod, die ist ja nach wie vor dann da, steige ich in eine Drohnentaxi oder in einen Zug, aber ein Unfall, bin tot, ist dann eine blöde Geschichte. Jetzt habe ich Millionen in meinen Körper investiert und jetzt sozusagen fliegt mir der legendäre Dachziegel dann auf dem Kopf. Oder brauche ich dann drei Bodyguards? Ich muss aufpassen, dass mein Leben auch erhalten bleibt. Also da spielen dann ganz andere Dinge, abgesehen davon, dass es glaube ich, das ist jetzt natürlich vielleicht eine philosophische Frage, aber dass es schon Sinn macht. Also aus spiritueller Sicht macht es sowieso Sinn, dass der Körper stirbt, weil sich die Seele dann wieder neu inkarnieren kann und auf einem anderen Weg wieder an ihrer Entwicklung weiterarbeiten kann, bis sie eben vollkommen ist. Aber das ist jetzt wieder, über das können wir auch noch reden dann, aber allein die Vorstellung, dass ich jetzt, was weiß ich, wenn ich mir nur vorstelle, was ich 500 Jahre alt zu werden, wie sehr ich dann eben mit der Angst leben muss, dass mein Körper nichts zustößt von außen. Weil die Unsterblichkeit kann ich ja, so wie es in Silicon Valley geplant ist, wird es ja jetzt nur von innen verhindern. Also das ist schon, es wirft schon sehr viele Fragen von der Ethik auf, es wirft auch Fragen auf, wenn es wirklich so weit kommt. Also erstens, wer wird wirklich unsterblich? Wenn das alles sind, dann wird der Planet irgendwann zu eng werden, weil dann keiner stirbt und nur macht man dann die totale Geburtenkontrolle. Also da sind ja dann viele Probleme, die da dran hängen. Ja, die Unsterblichkeit, ich finde das total, wie du da gesagt hast, eingebracht hast in den Romanen am Anfang, dass das System auch Fehler haben kann. Ja, wenn dann das ganze System zusammenstürzt, dann unsere Prothesen, so nenne ich das dann, nicht mehr funktionieren, wir total hilflos sind. Und wie du sagst, dann stirbst du mit so einem Drohnentaxi ab, ist man auch tot. Da spinnen ja unsere Zukunftswissenschaftler das ja noch weiter, indem man unsterblich wird, indem man das Bewusstsein digital ja dann hochladen kann. Und dann ist man generell komplett unsterblich, ja. Nur dann frage ich mich wiederum, bin das dann aber wirklich ich, der da in das digitale System hochgeladen wurde oder einfach nur eine komplette Kopie, die von sich aus dann glaubt, das Original zu sein. Das finde ich auch so ethisch, moralisch ein bisschen vielleicht eine Sackgasse, dass man da meint, unsterblich zu werden in dem Sinne. Ja, das ist auch total spannend, was du da einbringst. Bin das dann noch ich? Diese Frage beschäftigt uns ja auch zur Zeit auch. Was bin ich jetzt zur Zeit? Bin ich das, was ich aufgrund meines Wachbewusstseins und meines Verstands wahrnehme? Also meine, ich nehme auch nur eine Konstruktion wahr. Aber was der Reh Kurzweil auch in seinem Buch beschreibt, ist, dass das Ziel dieser Transhumanen sein wird, dass sie letztendlich in der Singularität enden. Denn es ist genauso, wie du jetzt gesagt hast, dass wenn das Bewusstsein auch immer optimiert wird, das heißt, diese Transhumanen werden ja immer intelligenter. Und je intelligenter man wird, umso besser kann man neue Transhumane dann sozusagen schaffen. Und wenn man das jetzt dann exponentiell, das geht ja dann exponentiell, wie wir ja jetzt sehen, auch in der digitalen Welt geht ja alles exponentiell. Das geht ja nicht linear an. Also das heißt, dass dann in relativ kurzer Zeit ja eine Wesenheit entstehen wird, die jetzt, ich sage jetzt überspitzt formuliert, ja gottendlich ist. Weil da ist ja dann das Bewusstsein auf einer höchsten Erleuchtungsebene. Und das hat dann mit dem sozusagen normal fehleranfälligen Individuum, so wie wir uns jetzt wahrnehmen, überhaupt nichts mehr zu tun. Also das ist dann von der Evolution her gesehen ja ein Paradigmenwechsel der Gigantonomie. Das ist ja fast, also ist wahrscheinlich mit unserem Verstand jetzt gar nicht fassbar. Ja, wirklich nicht fassbar. Der Film Transzendental mit dem Keanu Reeves konnte es ein bisschen aufzeigen, wie der Mensch sich dann so entwickelt. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, ich schlage vor, dass ich vielleicht jetzt dann ins nächste Kapitel einsteige. Machen wir es doch so. Wenn der Jenny nichts zu sagen hat, gehen wir in die Musikpause, Peter. Und dann gehen wir doch am besten mit dem neuen Kapitel los. Fragen wir doch mal einen Jenny, ob er noch ein paar Worte hat. Jenny? Ja, das ist sehr spannend und ja auch sehr beängstigend, wenn man das dann so sieht und hört, wo das denn hingehen soll und wo der Mensch da bleiben wird. Also ich bin da immer sehr skeptisch über dieses Neue. Ja, aber ich höre auch noch gerne zu, was die nächsten Kapitel so uns bringen und freue mich auf das nächste Kapitel jetzt dann. Ja, danke dir, Jenny, Peter. Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, du hast gesagt, im Jahr 2060 die Zeitlinie und dann ist das das Werkzeug für das Säubern oder der sauberen Meere, das Plastik der Meere. Ich hoffe, dass das früher passiert, dass das schon entsorgt wird. Kann das sein, dass ich das so richtig verstanden habe? Ja, das wird, was mit der Zeitlinie, da hast du recht, das wird wahrscheinlich eh früher passieren, weil da müssen wir viel früher rangehen. Da sind es ja jetzt schon zum Teil dran, dass man da Lösungen sucht, ob sozusagen die optimale Endlösung, wie lange das dann wirklich dauern wird und was da bis dahin noch passiert. Wir sind ja da, also man muss es auch realistisch sehen, wir sind hier wirklich ganz am Anfang. Wir sind jetzt so weit, dass wir erkennen, dass das echt eine Gefahr ist, bis wir die Umwelt in der Richtung wirklich sauber bekommen und auch nicht mehr verdrecken. Wir reden jetzt nicht von Europa, weil da gibt es ganz andere Kontinente, denen ist es noch ziemlich egal, weil wir haben noch Millionen Analphabeten und es soll jetzt nicht abwertend sein, anderen Menschen gegenüber, aber wir haben also von der Entwicklung her, sind wir noch weit entfernt, den ganzen Planeten in der Richtung in den Griff zu bekommen. Es kann schon sein, dass es so lange dauert dann letztendlich. Ja, Peter, dann würde ich sagen, gehen wir in die Musikpause und ich habe da auf dem Platten Teller Namika, Namika, Lieblingsmensch und wir sind in drei Minuten, ein bisschen mehr als drei Minuten wieder zurück. Ich freue mich, bis gleich, dann ins nächste Drittel. Okay. Ja, da sind wir wieder zurück mit Peter Zimmermann, Alicia und Sterblich und die Homepage möchte ich auch nochmal durchgeben. Der Peter, dort findet ihr auch das Buch und auch über Autoren, Lesungen, Medien und Kontakt auch. Das ist dann www.alisia-roman.com. Das ist die Homepage von Peter Zimmermann. Ja, und jetzt übergebe ich ihm Peter doch einfach mal. Peter, dein Mikrofon, jetzt gehen wir ins nächste Kapitel rein. Wir gehen ins nächste Kapitel, genau. Ja, das nächste Kapitel ist die Begegnung mit dem Professor Zweistein, im bürgerlichen Namen Wegenstein, heißt er, von den Studenten wird er Zweistein genannt. Ja, wahrscheinlich hat das seinen Grund. Und dieser Professor Zweistein, also den trifft die Alicia ja auch so im Jahr 2055, so herum, ja um 2055. Und als Einleitung, bevor sie in die Vorlesung zu dem Professor geht, bereitet sich Alicia immer mit einer Meditation vor. Und die möchte ich euch gern zur Verfügung stellen, das ist vielleicht jetzt gerade passend nach der Musik, dass wir, wo die Alicia eine geführte Meditation immer macht, mit der sie in ihre Zeitreise einsteigt. Ich sitze wieder in meiner Wohnung in der Buchfeldgasse und mache meine täglichen Morgenmeditationen. Sie entspannen mich so wunderbar. Ich schließe meine Augen. Im Hintergrund tönt leise meditative Musik. Ich atme tief ein und langsam aus. Mit jedem Atemzug sinkt mein Bewusstsein immer tiefer und tiefer und tiefer. Keine Zukunft, keine Vergangenheit, nur grenzenlose Bewusstheit. Da ist sie wieder. Diese Stille, diese Vertrautheit. Das Schaukeln meiner Seele im leeren Raum. Dieses wunderbare Leuchten, so weit, so nah, nur beobachten. Dieser herrliche Frieden, loslassen von allen Gedanken, nur im Jetztsein. Hier bin ich sicher, hier bin ich frei. Ein friedvolles Gefühl. Was geschieht mit mir? Wer bin ich? Wo bin ich? Kein Ich, kein Körper, kein Raum. Keine Zeit, nichts Greifbares. Und doch alles so klar. Leere und Fülle. Nur Wahrheit und schöpferische Weisheit. Die Geburt der Wirklichkeit. Nur Ganzheit, kein Außen, keine Grenzen. Ewiges Licht. Geschichten, die erzählen. Illusionen, die verschwinden. Nur Stille und Bilder im Jetzt. Ich besuche die Vorlesungen bei Professor Zweisteyn über Quantentheorien und Bewusstseinsentwicklung im Kontext zu Spiritualität. Wir schreiben das Jahr 2055. Es ist schon kalt. Ich bin in Eile. Auf meiner Uhr lese ich 9.45 Uhr. Bunte Blätter liegen auf dem Weg durch den Rathauspark zum Unicampus in Wien. Professor Zweisteyn, so wird er liebevoll von mir und seinen Studierenden genannt, schätzt Pünktlichkeit. Er ist ein richtiger Klugscheißer, ein liebevoller allerdings. Sein bürgerlicher Name ist übrigens Konrad Wegenstein. Als Kurzbeschreibung kann man zusammenfassen. 63 Jahre, studierte Philosophie, Psychologie, Biologie und Physik. Lustiger Genie-Typ, der über den Dingen steht. Lange weiße Haare mit Pferdeschwanz, immer das gleiche weiß-blau gestreifte Hemd, unordentlich in seine schwarzen Jeans gesteckt. Meist trägt er dazu ein in die Jahre gekommenes beiges Leinen-Sakko. Er liebt den zwanglosen Umgang mit seinen Studentinnen und ist einer der wenigen Professoren, um nicht zu sagen, vielleicht der Einzige, welcher so eine Spezialvorlesung im direkten Kontakt mit den Studierenden im deutschsprachigen Raum noch anbietet. Habe ich mir sagen lassen. Alternativ kann man seine Vorlesung natürlich auch online buchen und passiv mitmachen. Wenn jemand aber Fragen hat, dann muss man sich schon die Mühe machen und persönlich anwesend sein. Professor Zweistein schätzt, wie gesagt, den direkten Kontakt. Ist vielleicht etwas retro, auch also nicht ganz zeitgemäß, aber so ist Zweistein nun mal. Deshalb mag ich ihn. Das Kommunikationsklima in seinen Vorlesungen könnte man als salopp bezeichnen. Deshalb bevorzugt er das Du-Wort als Ansprache, was mir auch gefällt. Dabei kann es schon vorkommen, dass sich Zweistein nach drei bis vier Dialogen sogar den einen oder anderen Vornamen merkt, was die Betroffenen als Privileg für sich buchen. Achtsamkeit ist zweistein wichtig. Kein Internet in seinen Vorlesungen. Unkonzentrierte Studierende verweist er deshalb schon mal des Saals. Andererseits liebt er mutige, fantasievolle, vielleicht manchmal auch provokante Fragen. Was zur Folge hat, dass Struktur, Didaktik und Methodik des Vortrags, die sicher nicht zu seinen Stärken zählen, darunter leiden. Die Lebendigkeit und die Interaktionsfreudigkeit in seiner Vorlesung haben eben ihren Preis. Wie auch immer. Den Studierenden gefällt das. Dieses Hin- und Herspringen zwischen den Themen. Zweistein wird auch nicht müde, das eine oder andere ein zweites Mal zu erklären. Denn er weiß, dass Quantenphysik, Bewusstseinsforschung im Kontext zur Spiritualität keine leichte Materie sind. Ich glaube vielmehr, dass er oft nicht mehr weiß, was er in dieser oder in der anderen Vorlesung schon alles erwähnt hat. Diese Wiederholungen haben aber für uns Studierende natürlich auch Vorteile. Das Auditorium ist wie immer brechend voll. So 170 bis 200 Kolleginnen schätze ich. Und so beginnt Zweistein seine Vorlesung an der Universität für Angewandte Philosophie und Bewusstseinsforschung in Wien. Meist mit der gleichen Einleitung. Hat mir meine Sitznachbarin erklärt. Sie war schon mehrmals hier. Ein schwerer Stoff, sagte sie und vertrete die Augen dabei. Guten Tag, sagt Zweistein. Wer ich bin, hat sich, so nehme ich an, schon herumgesprochen. Was euch geritten hat, gerade diese Vorlesung zu besuchen, kann ich nur erahnen. Es muss schon ein wenig Verrücktheit, Mut und eine gewaltige Portion Neugier als Motiv für Bewusstseinsforschung herhalten. Um, man könnte auch sagen, die Quelle des Lebens zu ergründen. Die gute Nachricht ist, ihr bekommt die Chance, durch Erkenntnis der Wirklichkeit unserer Spezies zu begegnen. Dazu kann ich euch nur gratulieren. Wenn das bei dem einen oder der anderen nicht so ist, weil er oder sie überzeugte Materialisten sind, so mögen diese jetzt gleich oder spätestens nach der Vorlesung eine Entscheidung treffen. Das sage ich aus Erfahrung und völlig emotionslos. Wissen Sie, geschätzte Studierende, ich sage das jetzt ganz offen. Es kommen immer wieder Menschen in meine Vorlesung, um mich zu provozieren oder zu missionieren. Sie machen sich dann wichtig, wollen mir die Welt erklären, wollen mir ihr reduziertes, materialistisches Weltbild aufschwatzen. Ich kann das zwar nachvollziehen, möchte aber doch bitten zu respektieren, dass ich für solche Grundsatzdiskussionen nicht zu haben bin. Wer nur an das glaubt, was gesehen, begriffen und gemessen werden kann, hat mit dieser Vorlesung eine falsche Wahl getroffen. Wie sagte doch Friedrich Nietzsche so trefflich? Und diejenigen, die tanzend gesehen wurden, wurden von denen für verrückt gehalten, die die Musik nicht hören konnten. Also, es ist ja nicht verboten, skeptisch zu sein. Allerdings ist es auch nicht verboten, sich durch neue Erkenntnisse ein anderes Weltbild anzueignen. Der Mensch darf ja am Abend lüger sein als zu Mittag. Spiritualität hat nichts mit dogmatischen Religionen zu tun, vielmehr mit der Erweiterung des Bewusstseins. Dazu gibt es noch einen schönen Satz. Am Ende des Tages, gemeint ist das physische Leben, müssen alle daran glauben. Kurzes Gelächter füllt den Vorlesungssaal. Ein scheinbar betroffener Student verlässt kopfschüttelnd das Auditorium. Zwei-Stein ignoriert diesen Abgang und macht unbeirut mit seinem Vortrag weiter. Nun, liebe Studierende, kurz zur Gestaltung meiner Vorlesung. Seminar wäre vielleicht eher bezeichnend. Ich würde es begrüßen, wenn ihr euch nach der Vorlesung in kleinen Gruppen über das Gehörte und eure Fantasien dazu austauschen würdet. Aber bitte nicht über das Internet, face-to-face, bildet Biergroups, alles klar? Alles wird aufgezeichnet, im Bild und Ton. Ihr könnt die Aufzeichnung dann jederzeit von der Cloud abrufen und in die Diskussion einbringen. Ansonsten schätze ich es, wenn wir uns auf einen lebendigen Dialog einigen können. Wissenschaftliches Arbeiten lebt von der Lebendigkeit, lebt von Fragen. Manchmal finden wir sogar passable Antworten. Manchmal entsprechen sie auch der Wahrheit. Oder besser gesagt der Wirklichkeit. Und basieren nicht auf sogenannten alten naturwissenschaftlichen Annahmen, die dann irgendwer zum Gesetz gemacht hat. Aber dazu kommen wir noch. Althergebrachtes naturwissenschaftliches Wissen beruhigt vielleicht das Gewissen, hat aber oft mit Wahrheit wenig Übereinstimmung. Rupert Scheldrick, ein genialer Wissenschaftler, stellte die 10 Dogmen des sogenannten modernen wissenschaftlichen Weltbilds in Frage. Diese Dogmen, die es zu hinterfragen gilt, möchte ich euch gerne in aller Kürze zur Verfügung stellen. Das erste, die Natur ist mechanisch, maschinenähnlich organisiert, selbst unsere Gehirne sind genetisch programmiert, unser Bewusstsein ist reine Neuronenmasse. Was für ein Unsinn. Zweitens, Materie hat kein Bewusstsein. Nächster Unsinn. Drittens, die Natur wird von unveränderlichen, nicht selbst evolvierenden Gesetzen und Konstanten beherrscht. Viertens, die Gesamtmenge an Energie und Materie ist immer gleich. Fünftens, es gibt keinen Zweck und keine Ziele in der Natur. Das Nächste, das biologische Erbe ist ausschließlich materieller Natur. Nächste, Erinnerungen bestehen nur im Kopf, als materielle Spuren. Und dann noch, der Geist befindet sich im Kopf und ist nicht mehr als reine Gehirnaktivität. Oder außersinnliche Phänomene, wie zum Beispiel die Telepathie, sind eine Illusion, da aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich. Und dann noch, mechanistische Medizin ist die einzige, die funktioniert. Naja, wie gesagt, diese reduzierte Naturwissenschaft ist schon seit dem vorigen Jahrhundert ins Wanken gekommen. Abraham Maslow schrieb schon vor fast 100 Jahren, so um, 1965 oder später, Ich zitiere, Die letztendliche Krankheit unserer Zeit verdammt die Wissenschaft dazu, nichts weiter zu sein als amoralische und unethische Technologie. Die technologische Erschaffung von ewigen Leben im Silicon Valley gibt ihm heute in der Mitte des 21. Jahrhunderts recht. Im Laufe der Vorlesungen werde ich versuchen, euch ein anderes, ein ganzheitlich spirituelles Weltbild zur Verfügung stellen. Das Universum, und wir alle hier sind Teil desselbigen, ist ein unermessliches Quantenhologram. Die Akasha-Chronik, sagen die im fernen Osten, dazu, vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, Ein Ozean von allen Informationen über alles, was je gedacht, gesprochen oder getan wurde. Ein göttliches Bewusstsein, aus dem alles Leben entstanden ist. So ist der jetzige Mensch auch ein geistiges Wesen, das eine oder mehrere Verkörperungen erfahren hat. Dazu werde ich euch später zu einer vertiefenden Diskussion einladen. Aber jetzt zurück zum Bewusstsein. Im Machtbewusstsein, auf der Basis unserer fünf Sinne, erfahren wir nur einen sehr kleinen Teil unserer Welt und denken, es sei die Wirklichkeit. So sind ja auch die oben angeführten Dogmen entstanden. Aber ohne unser Bewusstsein würde es höchstwahrscheinlich, beweisen kann ich das natürlich nicht, keine Existenz von irgendetwas geben. Kein Ich, keine Naturerscheinungen, keine Planeten, keinen Kosmos. Alle Erscheinungen werden durch unser menschliches Bewusstsein erst wahrnehmbar. Sag ich mal ganz provokant. Albert Einstein konnte die weltanschaulichen Konsequenzen der Quantenphysik nie wirklich akzeptieren. Er sagte, existiert der Mond auch dann, wenn keiner hinsieht? Fragte er dann polemisch. Nach dem anerkannten Quantenphysiker Heisenberg sollen ja auch die Elektronenbahnen erst durch unsere Beobachtungen entstehen. Hypothese Ohne Bewusstsein gibt es nichts und gerade in diesem Nichts ist alles enthalten. Diesen Antagonismus solltet ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ihr solltet erkennen, dass Bewusstseinsforschung im Kontext zu Spiritualität und Quantentheorien ein anderes Weltbild erzeugt. Das ein Loslassen von alten Dogmen und Denkmustern erfordert. Spannende Zeiten warten auf uns. Wobei die Zeit ja ein äußerst relativer Begriff ist, wie wir wissen. Ein großer Denker, leider bis heute von vielen immer noch unverstandener Forscher, war Burkhard Heim. Heim forschte unter anderem sehr intensiv über die geistige Seite der physikalischen Welt. Geistig oder nicht materiell ist das Bewusstsein, das Denken, die Idee. Wie soll man einen Gedanken messen? Länge, Breite, Höhe? Da man Gedanken und Ideen nicht messen kann, kann die reduzierte Naturwissenschaft darüber auch keine Angaben machen. Interessanterweise gibt es aber Menschen, die Gedanken lesen, hell sehen und schwergange Menschen über geistige Kräfte heilen. Woher kommen denn diese Kräfte? Wieso wirken sie? Wie kann das Bewusstsein im Schlaf den Körper verlassen und wieder zurückkehren? Ist der physische Tod das Ende oder ein neuer Anfang? Durch sehr gut dokumentierte empirische Untersuchungen, durch Nahtoderfahrungen wissen wir, es gibt eine Seele, die den Tod überlebt. Wir brauchen die Seele als Dolmetscher zwischen Körper und Geist, wenn ihr so wollt. Was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, der Geist wirkt über die Seele auf die Materie auf unseren Körper. Noch ein paar Worte zum Thema. Der Tod als Ende oder Anfang Bisher haben wir erfahren, dass der Mensch nicht nur ein materieller Körper ist, sondern auch ein geistiges Wesen, das unabhängig von unserem Körper existieren kann. Wenn das so ist, dann existiert die geistige Wesenheit nach dem Tod mit einem eigenständigen Bewusstsein weiter. Viele sagen ja auch, die Seele verlässt den Körper und wird, falls sie noch nicht zur vollen Entfaltung gekommen ist, wieder in einem Körper inkarniert. Das wissen wir aus der Reinkarnationstherapie. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Kommunikation mit den Bewusstseinszuständen von Menschen ansprechen, die bereits gestorben sind. Wir wissen, dass es mediale Menschen gibt, die eine Brücke zu verstorbenen Seelen aufbauen können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über den Traum mit Verstorbenen in Kontakt zu bleiben. Wir wissen, dass der Traum vorerst die Aufgabe hat, unerledigte, meist emotionale Tagesreste aufzuarbeiten. Träume können aber auch eine Verbindung zur geistigen Welt sein. Auch eine Verbindung zu vergangenen Leben. Der Traum ist deshalb ein Tor zum endlosen Bewusstsein. Also, ob wir das glauben wollen oder nicht, es gibt zu gewissen Zeiten Botschaften, beispielsweise Träume aus der geistigen Welt. Wir müssen nur mit mehr Achtsamkeit unsere Intuition bzw. Inspiration wahrnehmen. Wenn unser Planet gefährdet ist, dann kommen Impulse über, ich sag mal unter Anführungszeichen, göttliche Inkarnationen oder auch heilige, wie wir sie nennen wollen. Diese angeblichen Wunder sind aber Transformationen aus dem kosmischen Bewusstsein. Sie können in Symbolen oder Gleichnissen zu uns, damit wir sie verstehen. Was kann man sich unter Geist vorstellen, fragt eine der Studentinnen. Eine wichtige Frage. Philosophen wie Physiker, allen voran Kant und Bohr, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Natur uns nicht verrät, wie sie letztendlich funktioniert. Wir können nur darüber philosophieren und experimentieren, wie sie sich zeigt, die Natur. Wir wissen aber noch nicht, wie sie wirklich ist. Die Naturgesetze beschreiben nur die Gewohnheiten der Natur. Besonders deutlich kommt die Physik an ihre Grenzen, wenn es darum geht, zu erklären, wie Geist wirkt und zustande kommt. Und bitte, noch eines. Geist hat mit billiger Esoterik nichts am Hut. Geist ist vielmehr etwas, das um uns, in uns wirksam wird, aber an sich nicht messbar ist. Selbst die Quantenphysiker erkennen, dass der Geist einen statischen Aspekt und einen dynamischen Aspekt, die Kreativität hat. Aber jeder Entstehung liegt Energie zugrunde. Energie ist Schwingung. Geist ist Träger von Informationen und als solche der Grundstoff, aus dem letztlich alles Vorhandenes besteht. Also auch Materie und Geist. Unter Berücksichtigung des Gesagten kann man behaupten, dass Geist letztendlich etwas ist, das sich eine Form von Energie zunutze macht, die wir noch nicht kennen und deshalb wieder Geist nennen wollen. Habe ich deine Frage nach dem Geist nun einigermaßen verwirrend beantworten können? Einigermaßen ja, sagt der Student etwas schüchtern. Ja, Geist und Materie, wie hängt das nun zusammen? Der ständige Austausch zwischen Geist und Materie ist schlussendlich jener Prozess, der ganzheitlich betrachtet unsere Persönlichkeit mit all ihren Erlebnissen und Erfahrungen ausmacht. Körper, Seele, Geist stehen permanent in Wechselbeziehung. Das können wir in ihrer Wirkungsweise erleben und somit den Nachwuchs erbringen. Geschätzte Zuhörerinnen, es gibt noch zu viele Neurowissenschaftlerinnen und Philosophen, welche meinen, beweisen zu können, dass es überhaupt keinen Geist, keine Seele, ja nicht einmal ein Ich gibt. Alles seien nur Verschaltungen von Neuronen im Gehirn, ohne freien Willen und ähnlichen Unsinn mehr. Angeblich werden unsere Erfahrungen, die Umwelt, die Erinnerung und unser Verhalten nur durch unsere Gene gesteuert. Das Tun-Gene zwar, aber nicht nur. Jetzt noch ein paar Worte über unser Gehirn. Ein wichtiges Kapitel. Natürlich kann man die Aktivität der betreffenden Hirnbereiche farblich abbilden. Das sagt aber inhaltlich gar nichts aus. Der große Burkhard Heim hat deshalb das gesamte Standardmodell der Physik und Kosmologie in Frage gestellt. Die Evolutionstheorie von Darwin, die Entwicklung allen Lebens durch Mutationen und Selektion aus einem einzigen Hauptstand, die zufälligen Mutationen und deren Überleben durch die Auslese der Besten, ist bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht nachweisbar. Dafür müsste es schon riesige Sprünge in den Mutationen gegeben haben. Zum Beispiel. Hätten Fische über Generationen gelernt, die Luft anzuhalten, so wären daraus Landtiere geworden. Und jetzt kommt es. Es wurden aber nur minimale Mutationen nachgewiesen. Burkhard Heim pflegte zum Wesen des Zufalls zu sagen, Und wenn man Millionen von Jahren Backsteine aufeinander wirft, so wird doch kein Kölner Dom daraus. Viele Persönlichkeiten der Wissenschaftselite hielten Burkhard Heim für einen größenwahnsinnigen Spinner. Es bleibt zu hoffen, dass einmal hochbegabte Physiker seinem grandiosen Formelwerk jene Anerkennung verschaffen, dass es verdient. Der Nobelpreis würde Apostelum verliehen bekommen. Das wäre für Burkhard Heim längst fällig. Burkhard Heim hat mit seinen mehrdimensionalen, hochkomplexen Berechnungen die Existenz der geistigen Welt, ja ich wage zu behaupten, auch der Seele, nachgewiesen. Ja, mit dem sehr gewagten Absatz da über Burkhard Heim möchte ich da jetzt bei diesem Kapitel auch Schluss machen. Es geht da natürlich jetzt noch weiter und es wird aber dann glaube ich, es wird jetzt im Moment nicht leichter. Da ist man besser dran, wenn man das in Ruhe lesen kann. Man kann sich jetzt vorstellen, das Kapitel ist ja ziemlich groß, ist da mit dem Einstein, wo er halt über Bewusstsein und über die Seele weiter philosophiert und sich den Fragen der Studierenden stellt. Das war für mich auch sehr spannend, darüber zu schreiben und natürlich auch darüber zu recherchieren. Ja, ich weiß nicht, Klaus, oder geschätztes Publikum, gibt es da dazu Fragen, bevor wir in die nächste Verwirrung eintauchen? Ja, das hast du schon gesagt. Na, Verwirrung ist das für mich überhaupt nicht. Es ist einfach spannend, wie du die Zusammenhänge auch da auf den Punkt bringst. Also und vor allem ein total spannendes Kapitel. Wir haben hier den Armin bei uns hereinbekommen, der ist in den Warteraum gekommen, der Germane. Und Marc möchte was sagen, möchte noch jemand was sagen, mal kurz flackern? Gut, dann geben wir jetzt mal den Armin das Mikrofon und dann den Marc. Guten Abend, Armin. Na, wo ist er denn? Ist er nicht am Mikrofon, oder? Gut, dann gebe ich dem Marc das Mikrofon. Marc, bitte. Ja, ich habe jetzt noch mal kurz recherchiert. Drei Bücher waren über die Apokalypse und jetzt dieser Roman. Wie kam der Sinneswandel von Apokalypse an? War das damals gefragt oder Thema? Das hätte mich mal kurz interessiert. Ja, naja, die Apokalypse, das ist ja, Apokalypse ist ein bisschen ein provokanter Titel. In der Apokalypse geht es auch ähnlich um ähnliche Themen, aber in der Apokalypse treffen sich acht Menschen, die beschlossen haben, ihr Leben ein Ende zu machen. Also eigentlich das Gegenteil jetzt von der Unsterblichkeit. Aber ich habe diese acht Protagonisten ausgewählt. Die haben natürlich unterschiedliche Biografien. Und ich wollte untersuchen, wie, warum den Menschen so weit kommen, damit sie ihr Leben beenden wollen. Und darum sind da auch drei Bücher entstanden. Also es ist ein Prozess gewesen der Reflexion. So viel kann man verraten. Bei der Apokalypse ist darum gegangen, warum wollen wir dem Leben ein Ende bereiten? Oder sind wir nur das Symptom einer kranken Gesellschaft? Und das haben die acht reflektiert und sind draufgekommen, so ja, wir wollen das eigentlich nicht. Und was kann dann jeder von uns tun aufgrund seiner speziellen Talente, um vielleicht doch noch diesen Planeten zu retten? Und es stimmt schon, da gibt es natürlich dann schon einen Zusammenhang jetzt zu diesem Werk in gewissen Teilen. Aber ich soll mal sagen, in der Apokalypse habe ich natürlich auch sehr viele biografisch-persönliche Anteile einbauen können. Nein, weil wenn man acht Protagonisten hat, die sehr intensiv über ihr Leben nachdenken, dann kann man das schön aufteilen, was man halt so selbst zu bewältigen hat. Es war ein bisschen auch Selbstanalyse da drinnen, ja. Ja, da finde ich mich auch wieder eben in diesem Charakterzug. Den hatte ich vor zehn Jahren, möchte ich mal bekennen. Ja, da muss man irgendwann durch, das ist klar. Ja, gibt es weitere Fragen, Anregungen? Es ist spannend, wie Geist, Materie, wie du das erklärt hast und die Unsterblichkeit, wie wir die Betrachtung haben oder auch gehabt haben. Ja, wir sind mehr als nur Physik auf jeden Fall. Die Physik war ja auch ein kurzer Anreißer gewesen. So, wer flackert da mit dem Mikrofon? Der Armin ist da. Armin, und dann sage ich einen guten Abend. Hallo, guten Abend miteinander. Also, dass man dieses Werk als Roman bezeichnet, ist ja fast schon eine Fehlbezeichnung. Ich würde es ja eher mehr als ein Fachbuch beschreiben. Man erkennt, dass du da sehr, sehr tief in dieses Thema eingetaucht bist und dich mit Bewusstsein und Realitäten und so weiter auseinandergesetzt hast. Und sehr, sehr stimmig bezüglich des Bewusstseins ist es ja auch noch zu beachten, dass es ja diesen Beobachter-Effekt gibt. Da gibt es dieses Doppelspalt-Experiment, wo sie da gemacht haben, wo sie sich immer wieder wundern, wie das denn so geht. Und sind eben dann dahinter gekommen, dass es tatsächlich an der Erwartungshaltung des Beobachters liegt. Und ja, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Das ist immer so ein blöder Ausdruck. Es ist grandios. Okay, das wollte ich einfach mal so grundtun. Ja, danke Armin. Du hast vollkommen recht. Die Bezeichnung Roman greift ein bisschen kurz. Ich wollte es auch ursprünglich dann irgendwie Fachroman oder Sachroman daufen, aber dieses Genre gibt es eigentlich nicht wirklich. So im Buchhandel, das ist schwierig. Auf der anderen Seite, also was ich nicht wollte, war ein neues Sachbuch zu diesen Themen zu schreiben. Das wäre mir dann wieder zu anstrengend gewesen, weil wenn man jetzt ein Sachbuch schreibt oder sozusagen in Anführungszeichen irgendwelche Ratgeber, die es auch schon hundertfach gibt, dann muss da wieder eine andere Genauigkeit rein. Und das beraubt mich dann auch wieder meiner Fantasie. Oder im Roman bin ich halt ein bisschen freier. Da kann ich, also im Roman muss ja nicht alles stimmen. Und überhaupt, wenn man so Zukunftsthemen behandelt, ist natürlich Science-Fiction drinnen, die aber auf sehr viel oder gut recherchierten Unterlagen oder oft Fakten auch beruht. Insofern war es halt spannend, das so zu schreiben. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch schon die Rückmeldungen bekommen, dass manche Leute, die halt mit diesen Themen noch nicht in Berührung kamen, da ein bisschen aussteigen. Aber ja, das ist halt das Risiko, wenn man etwas schreibt und wo man ein bisschen sozusagen schon ein wenig an Anspruch erhebt, dass man sich mit der Materie auseinandersetzt. Aber danke für deine Rückmeldung. Die, ja, stimmt ganz genau. Ja, wunderbar. Und dann war der Marc da. Ich glaube, war da noch Jene oder Roman da? Ja, Roman auch noch. Gehen wir Roman mal kurz das Wort, Marc, und dann kommst du da ja auch nochmal dran. Danke dir. Roman, bitte. Ja, ich finde es auch ganz toll, dass man sowas in eine Romangeschichte packt, weil der Mensch, wie der Walia gesagt hat, das mit den Märchen, den Spruchen, und so, der Mensch nimmt gute Weisheiten und Philosophien besser auf, wenn es eine spannende Geschichte auch ist. Und bei dir ist das wirklich sehr informativ. Man merkt, du hast schon viele Wissenschaftsjournalien durchgelesen, bist du so dein eigener Wissenschaftler auch, sehr wissensbegierig. Und mir hat das auch immer schon so gefallen, wie du das so, der Weg des Menschen, Bewusstsein jetzt da im zweiten Teil, da in diesem fiktiven Vortrag uns präsentiert hast, da bin ich auch so der Meinung, dass unsere Bewusstseinsentwicklung in der Evolution, jetzt kommt man ja den Menschen in einer Devolution noch betrachten, aber wenn es evolutionär doch einmal weitergeht, von geistigem Bewusstsein her, meine ich evolutionär, werden wir alle mal in so einer Art Superintelligenz uns zusammenfinden. Wir werden ein Galaxienbewusstsein entwickeln, wo wir uns auch vielleicht bewusst sein müssen, wenn wir mal aus normalen fleischlichen Wesen, so wie jetzt, da wir ja auch den Kosmos betreten werden dürfen, da werden wir auch nicht nur außerirdische fleischliche Wesen begegnen, oder viele sagen ja auch so, immaterielle Wesen. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir auf Völker stoßen werden, die was rein maschinell sein werden, ja. Man spricht ja auch, es gibt ja auch, das weiß ich ganz sicher, diese Raumschiffe, die ein eigenes Bewusstsein haben, und die werden auch von diesen kosmischen Wesen, als vollwertiges Wesen akzeptiert. Da muss man einen gewissen Grad finden zur Verteufelung und auch den Grad finden zur Verhütung gewisser Gefahren, wenn man es übertreibt, ja. Mir zum Beispiel als Kind haben wir so die Technomagie, also gut gefallen bei Babylon 5, ja. Die haben so ihre Psy-Kräfte noch mit der Technik vereint, also es ist auch noch zugelassen, dass sie sich auch psychisch weiterentwickeln können und nicht nur auf die Technik versiert sind. Es gibt so, du bist da in der futuristischen Version jetzt bei unserem Buch da, da habe ich jetzt auch eben die Frage, nicht ganz so futuristisch wie in der schönen neuen Welt, wo man so mit Soma unser Bewusstsein ein bisschen stillgelegt wird, dass wir nicht rebellieren, aber auch nicht so dystopisch wie bei 1984, weil da gibt es ja gar keine technische Revolution, da sind wir eigentlich auf Minimalismus versklavt. Aber da gibt es ja so ein Beispiel, ja, ihr kennt es alle, den Spielfilm Der grüne Planet. Das ist da ein Beispiel, wo sich die Menschen komplett ohne Technik entwickeln und dann sehe ich ja auch die Welt, wo es eben die Mischung dazwischen gibt und da bewege ich mich so irgendwo hin. Ich bin so der Back to Reboots, wenn es mir beliebt, am Wochenende und so unter Tags, bin ich so auch so ein technisch versierter Mensch, wo die Entwicklung auch frönen will, weil die Technik uns ja auch befreien kann von der Arbeit und alles Mögliche darf man auch nicht vergessen. Wo glaubst du, bewegen wir uns derzeit mehr hin jetzt, mehr so in das dystopische 1984er oder haben wir mehr Chance jetzt gerade noch so in deine futuristische Welt zu kommen, wo es natürlich auch noch viele Hürden zu bewältigen sind, was wir in deinem Buch sehen? Oder was siehst du da? Wo bewegen wir uns gerade hin? Wenn du gestartest, würde ich dich da gerne auf das letzte Kapitel verweisen, wenn du dir Geduld hast und da zuhörst, weil da geht es genau dann jetzt um diese Richtung, die du jetzt angesprochen hast. Wo bewegt sich die Menschheit jetzt auch ökologisch, ökonomisch? Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Was kann daraus passieren? Ich bin durchaus bei dir, dass es natürlich viele Entwicklungsstufen geben wird, also allein vom kosmischen. Das wird noch sehr spannend werden, wieder spannend werden, was wir in verschiedenen Inkarnationen erleben werden. Aber ich sehe auch beides, ich soll mal sagen, generell sehe ich auch beide Seiten wie eine starke technische Entwicklung. Also die Digitalisierung, die ist nicht aufzuhalten, die wird die nächsten Jahrzehnte wahnsinnig beherrschen. Da sind wir erst am Anfang. Und darum wird also, der Transhumanismus und so, der wird, also da bin ich sehr überzeugt, dass der kommen wird. Und das andere ist natürlich gesellschaftspolitisch und das wird da jetzt im nächsten Kapitel angesprochen. Sie hat auch ihre positiven Seiten, denn die totale Vernetzung heißt auch totale Information. Und die Frage ist, wie lange sich global die Erdgesellschaft oder die Menschheit es sich noch gefallen lässt, dass sie mehr oder weniger ja jetzt schon extrem ausgebeutet und man kann schon sagen unterdrückt wird. Weil wir sind ja nicht die Anwesenden alle ausgenommen, aber im Großen und Ganzen wird ja versucht vom Großkapital, wir werden ja zu Konsumidioten gemacht. Und Amazon und Co. leisten ihre Beiträge. Die verkaufen uns 80% Sachen, die wir wirklich nicht brauchen. Und das ist ja das große Dilemma. Darum ersticken wir ja im Dreck und verbrauchen Ressourcen. Aber genau da geht es. Und das geht es ins nächste Kapitel. Und ich glaube, so zeitmäßig müsste ich da jetzt damit anfangen, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen Zeit haben, nachher drüber zu reden. Dann haben wir vielleicht den Bogen ein bisschen zugemacht und vielleicht ist dann die eine oder andere Antwort für dich drinnen. Ist das für dich okay? Na, das ist ja perfekt. Dann hast du genau den, meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, ich bin schon gespannt, ob wir jetzt solche Technomagions entwickeln werden oder hoffentlich nicht zu diesen Cyborgs. Also zu diesen Borgs wie bei Star Trek, weil die Technik wird ja nicht zum Aufhalten sein. Okay, bitteschön. Ja, Cyborgs wird es auch geben. Aber nicht nur. Ja, ich denke mir ja, die Technik ist ja nicht aufzuhalten. Und ich hoffe halt nicht, dass wir zu diesen Borgs werden, wie bei Star Trek, schon wenn schon dann zu solchen Technomagien wie bei Babylon 5. Ja. Ich würde sagen, wir machen dann eine Musikpause, Peter. Wir können ruhig ganz gemütlich uns die Zeit nehmen, dass wir noch dein Kapitel hören, das dritte. Okay, ein paar Minuten ist gut, ja. Ja, genau. Und wir dürfen ja ein bisschen auch überziehen. So, dann würde ich sagen, machen wir den zweiten Song rein. Und da habe ich auf dem Plattenteller, mal schauen, Riders on the Storm. Und ein bisschen anders wie der erste Song. Aber Lieblingsmensch, auch schön, dass es dich gibt, diesen Song. Aber jetzt Riders on the Storm. Bis gleich. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Ein langer Song, aber ein guter Song. Und ja, ihr seid bei Peter Zimmermann. Wir gehen gleich ins letzte Drittel für den heutigen Abend hier. Und möchte nochmal hinweisen, morgen sind wir auch unterwegs und morgen gibt es ganz was anderes. Da geht es um Fahrradfahren. Thomas Trapella ist da bei mir hier zu Hause. Und er schreibt, zu Fuß gehen und Radfahren mit menschlicher Muskelkraft ist meiner Meinung nach der effektivste Klimaschutz, der denkbar ist. Und er hat da noch ein paar super tolle Ideen dazu. Und die möchte er morgen mit uns ansprechen. Ja, und jetzt würde ich sagen, erst mal ein großes Lob am Peter Zimmermann. Das möchte ich hier nochmal hinterlegen. Seine Homepage dazu, wo ihr auch das Buch erwerben könnt, ist www.alysia-roman.com Und jetzt rufen wir mal den Peter wieder. Und Peter, dein Mikrofon. Ja, hallo liebe Leute. So, da sind wir wieder. Ja, das dritte Kapitel, da reist die Alicia, also mit ihrer Zeitreise, was übrigens auch sehr zum Klimaschutz beiträgt, nicht nur das Radfahren, sondern wenn man halt Astralreisen macht, das kostet keine CO2-Punkte, nur so scherzhaft am Rande. Nein, also jetzt in diesem Kapitel begegnet die Alicia der Frau Professorin Maureen McKenzie und ich steige gleich ein, wie sie in ihrem Arbeitszimmer begegnet. Ich befinde mich im Arbeitszimmer von Frau Professorin Maureen McKenzie. Sie ist eine der bedeutendsten Ökonominnen und Zukunftsforscherinnen. Frau McKenzie und ich treffen einander in den USA, Columbia University. Sie unterrichtet trotz ihres betagten Alters immer noch an mehreren amerikanischen Universitäten zum Thema die Entwicklung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Welt. Frau Professor McKenzie verweilt oft in Europa, da sie auch in Brüssel, den Regierungsspitzen vieler europäischer Staaten, in Zukunftsfragen beratend zur Seite steht. Dieses Interview erfolgte in englischer Sprache, da Frau McKenzie in den USA geboren wurde und dort auch lebt. Beim Abhören des Interviews war ich erstaunt über mein perfektes Englisch bei dieser Zeitreise. Ich musste danach sogar jemanden vom Anglistik-Institut bitten, mir beim Übersetzen behilflich zu sein. Nach dem Smalltalk über meine Anreise als zeitreisendes Medium war Frau McKenzie zu etwas erstaunt. Ich hatte den Eindruck, dass sie der Sache nicht ganz traute. Und so begann ich gleich mit einer Erklärung und meiner ersten Frage. Frau Professorin McKenzie, es ist keine Täuschung. Ich komme tatsächlich aus dem Jahr 2018 und bin angehende Wissenschaftsjournalistin aus Wien. Warum ich bei Ihnen gelandet bin? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich hatte nur den Wunsch, mit jemandem Kompetenten aus der Zukunft über die soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung dieses Planeten zu sprechen. Ich konnte schon als Kind Botschaften aus der Zukunft empfangen. Anscheinend eine besondere Fähigkeit. Ich kann Sie nur bitten, mir zu vertrauen. Ich muss einfach wissen, was auf mich, also auf uns Menschen, wartet. Viele von uns machen sich große Sorgen über unsere Zukunft. Wie entwickelt sich dieser Planet bis heute? Ich sehe auf Ihrem Kalender das Jahr 2060. Wir haben doch das Jahr 2060. Immerhin, es existiert zumindest ein Teil der Erde noch, wie ich sehe. Oder täusche ich mich? Darf ich Ihnen als Einleitung gleich eine erste Frage stellen? Sie brennt mir unter den Nägeln, wenn ich das so formulieren darf. Wie hat sich dieser Planet beziehungsweise die Menschheit entwickelt? Oder anders gefragt, wie wird es für uns? Und ich spreche jetzt als eine Reisende aus dem Jahr 2018. Wie wird es für uns weitergehen? Bitte sagen Sie einfach Alicia zu mir. Nun, Frau Alicia, schauen Sie, ob Sie tatsächlich eine Zeitreisende sind oder nicht, das kann ich beim besten Willen nicht beurteilen. Zeitreisen sind ja keine Seltenheit mehr. Selbst meine Tochter erzählt mir von ihren Ausflügen in andere Welten. Ich habe diese Fähigkeit nie erlernt. Die irdischen Probleme haben mich und werden mich in Zukunft noch sehr beschäftigen. Wissen Sie, Frau Alicia, in meinem Büro tauchen oft die kuriosesten Figuren auf. Realität und Fiktion wird ja heutzutage immer schwieriger unterscheidbar. Vielleicht sind Sie auch nur eine Journalistin von CNN, die hier zu einem Billing Interview kommen will. Aber wie auch immer, ich will Ihnen glauben. Wenn Sie tatsächlich eine Zeitreisende sind, muss ich gestehen, dann hat das Ganze einen gewissen Reiz. Außerdem trifft es sich ganz gut, wenn ich eine Rückschau halte. Ich schreibe gerade an meiner Biografie im Kontext zur gesellschaftspolitischen Entwicklung müssen Sie wissen. Eine sehr elegante Dame kommt es mir in den Gedanken, so mein erster Eindruck. Ihr dichtes silbergraues Haar fällt bis zu ihren Schultern und passt gut zu dem kaminroten Kostüm. Auffallend ist, dass kaum Gesichtshalten zu sehen sind, selbst wenn sie lächelt, was sie übrigens besonders sympathisch erscheinen lässt. Vielleicht ist sie auch schon so eine Transhumane wie die Langtaler. Wie auch immer, sie gefällt mir. Na gut, Frau Professor, wie geht es jetzt nun weiter mit unseren Planeten? Nun, da muss ich ein wenig ausholen. Unsere Welt, so wie sie die Menschheit gestaltet und verunstaltet hat, muss ich schon sagen, existierte ja weit hinter ihren Möglichkeiten. Obwohl dieser Planet, die Menschheit und alle Lebewesen gut ernähren hätte können, lebte der Großteil der Weltbevölkerung in den letzten Jahrzehnten in Armut. Wie konnte es so weit kommen? Wie darf ich Ihnen das erklären? Schauen Sie, die Qualität einer Gesellschaft misst man immer noch daran, wie sie mit den Armen, den weniger privilegierten Menschen umgeht. So gesehen, haben wir im Westen seit der Aufklärung nichts dazugelernt. Das ist traurig, sehr traurig. Wieso haben die meisten Menschen seit Beginn des 21. Jahrhunderts die ersten Anzeichen der drohenden Katastrophe übersehen? Oder wollten die Mächtigen, die Verantwortlichen den katastrophalen Zustand dieses Planeten nicht wahrhaben? Wie blind macht Gier? Das frage ich Sie. Die Finanzkrisen als Gipfel dieser unermesslichen Gier, die vielen Kriege, die Umweltkatastrophen, sie alle wurden ignoriert und jene, die das Problem erkannten, hatten anscheinend nicht die Macht und die Notbremse zu ziehen. Ein kleines Beispiel. Wissen Sie, Alicia, bis 2030 starben weltweit einer erst kürzlich erhobenen internationalen Studie zufolge an die 30 Millionen Menschen aufgrund der Luft- und Umweltvergiftung. Das muss man sich einmal vorstellen. Was wurde da alles jahrzehntelang ignoriert? Allein im Jahr 2028 berichteten die Forscherinnen der WHO mussten etwa 15 Millionen Menschen weltweit aufgrund von Schadstoffen in der Luft Gift im Wasser oder im Boden ihr Leben lassen. Apropos Wasser. Wasser wurde so ab 2030 zum neuen Öl. Das klare fließende Gold, sehr begehrt und hart umkämpft, wie Sie sich vorstellen können. Die Trockenperioden bereiten sich ja immer weiter aus. Und zu den Atomkraftwerken wollte ich noch bemerken. Alleine aufgrund von AKW-Unfällen, auch in Europa in den 20er Jahren, waren Millionen Opfer zu beklagen. An den Folgeschäden leiden heute noch Millionen. Die häufigsten Todesursachen waren dabei Schlaganfälle, Herzerkrankungen und Lungenkrebs, um nur einige zu nennen. Nicht überraschend dabei ist, dass die Hälfte der Todesfälle in armen oder aufstrebenden Ländern wie Indien, Pakistan, China oder Bangladesch zu beklagen waren. Weitere Millionen unserer Mitmenschen waren durch Gewalt, Krieg und Ausbeutung bedroht. Allein hier, bei uns in den USA, hatten wir 2025 an die 30 Millionen Drogenabhängige. Der Großteil davon durch Heroin. Dadurch stieg die Zahl der Heroin-Toten auf über 10.000 pro Jahr. Das waren mehr Tote als Morde und Verkehrsunfälle in diesem Land gab. Vor allem die Kombination von Heroin und dem Schmerzmittel Fentanyl hat die Todesrate explosiv erhöht. Fentanyl ist hundertmal stärker als Morphium. Und warum nahmen viele Menschen dieses Teufelszeug? Die Menschen waren einfach tot unglücklich. Der American Way of Life hatte total versagt. Er war reine Illusion. Der Konsum Terror machte die Menschen nicht glücklicher. Das Gegenteil trat ein. Wir, die mächtigen, die mächtigen USA sind wieder einmal in einer großen Depression gelandet. Haben wir doch gut gemacht. Es war zum Verzweifeln. Verzeihen Sie, aber da kann einem schon die Galle hochkommen. Sie kommen ja aus Europa. Wie darf ich Ihnen das erklären? Europa hat, ich glaube es war 2029 richtig gehandelt. Ihr Europäerinnen habt damals mit allen Staaten, welche die Menschenrechte und somit auch die Abschaffung der Todesstrafe missachteten, die Handelsbeziehungen abgebrochen. Das hat die USA wirtschaftlich sehr hart getroffen. Aber es war die richtige Entscheidung. Entschuldigung, ich habe da jetzt gerade mit meinem Rechner, der hat da irgendwie, ist alles finster geworden. Die Vereinigten Staaten von Amerika standen vor der Bankrotterklärung. Zum Teil auch durch die selbstverordneten Protektionismus einer America will be great again Ideologie. Ich weiß natürlich nicht Alicia, ob sie sich in der Psychopathologie ein wenig auskennen. Aber wer mit diesem Bereich vertraut ist, kann feststellen, dass bei vielen Machthabern eine massive narzisstische Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren war. Jemand mit solchen Persönlichkeitsstörungen ist im hohen Maße therapieresistent. Deshalb wäre es sehr naiv anzunehmen, dass solche Menschen sich verändern. In der Folge sollte man Menschen mit einer psychopathologischen Indikation nicht an die Macht lassen. Das müsste natürlich erst in das Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten gelangen. Leider wurde das lange Zeit mangels gesellschaftspolitischer Bildungsinitiativen verabsäumt. Na warum wohl? Zurück zur Bankrotterklärung der USA. Eine Katastrophe auch für China. Es war der größte Gläubiger der USA. China hatte Billionen Dollar verloren, wurde aber trotzdem die größte Wirtschafts- und Militärmacht des Planeten. Wobei auch die chinesische Führung den Aufstand der Massen zu spüren bekam. Das nur so nebenbei. Die starke Ernüchterung musste ja irgendwo gedämpft werden. Die enttäuschten Menschen in den USA und nicht nur in den USA bekamen ein riesiges Problem. Die Drogenmafia hatte die Lösung. Mit Zuchtkranken lassen sich gute Geschäfte machen. Denken Sie nur an die Pharmaindustrie, die viele Reha- und Psychiatrie anstalten. Wie darf ich Ihnen das erklären? Die Heilsversprechungen des Konsum- und Finanzkapitalismus haben sich ja längst als falsch erwiesen. Die Hauptverantwortlichen wussten es alle, nur keiner wollte es zugeben. Die Gier und die Korruption sind starke Motive. Politologinnen, Sozialwissenschaftlerinnen und Menschenrechtsaktivistinnen wurden ja nicht ernst genommen. Sie hatten auch keine Lobby, die sich für sie stark machte, oder? Diese menschenverachtende Haltung war bislang beispiellos in der Geschichte der Menschheit, seit Beginn der Zivilisation. Zivilisation Wer versteht die Bedeutung dieses Begriffs wirklich? Wissen Sie Alicia, Zivilisation ist immer auch eine Frage der Perspektive. Selbst in den reichsten Ländern der Welt herrschte noch so um das Jahr 2030 tiefste Armut, Drogensucht, Hunger, Ausbeutung, Barbarei und Ungerechtigkeit. Ich war damals gerade mal über 50 Jahre. Meine Kinder wurden junge Erwachsene. Welchen Planeten fanden sie vor? Es war eine schreckliche Zeit für die jungen Menschen, aber auch für uns. Rechte Populisten und autoritäre Systeme nutzten die Macht der Algorithmen, die für die digitalen Fake News verantwortlich waren, in denen wir uns tagtäglich bewegten. Kaum jemand konnte mehr Wahrheit von Lüge in den sozialen Medien unterscheiden. Auf Grausamkeiten wie Enthauptungen, Vergewaltungen und dergleichen mehr, welche über die Social Media Plattformen den kranken Voyeurismus von sehr vielen Usern bedienten, möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Aber ein Problem, weil es von großer Bedeutung war, muss ich in Bezug auf Social Media doch erwähnen. die Kommunikation und auch Diskussion zwischen der Mehrheit der Konsumenzen reduzierte sich auf Klicks und kurze auf respektlose Kommentare. Ein demokratischer Diskussionsprozess wurde dadurch obsolet. Dagegen mussten wir einschreiten, Frau Alicia. Sie kennen das ja auch. Diese sozialen Plattformen, mit Hilfe derer man sogenannte Freunde findet, brandte Faktor ja nur Gelddruckmaschinen für Zuckerhüte. Da gab es Berge davon. Das nur so am Rande, das kennen Sie sicher auch schon. Sie müssen eines bedenken, Alicia. Es ist nicht neu, aber die Lebensbedingungen für die Kinder auf diesem Planeten haben sich bis 2030 dramatisch verschlechtert. Damit meine ich jetzt nicht nur die digitale Suchtkrankheit, die durch Social Media gefördert wird. Diese hatte sich ja bei Kindern zu einer Art Epidemie entwickelt. Ein anderes Thema. Mehr als 70 Prozent aller Kinder im Alter von eineinhalb bis fünf Jahren erlebten nach offiziellen Studien psychische, physische oder verbale Gewalt durch ihre nächsten Bezugspersonen. Das waren immerhin rund 400 Millionen Kinder des Planeten. An die 900 Millionen Kinder hatten bis 2030 keinen Zugang zur Schulbildung. Eine Bildungskatastrophe All diese Daten werden aus ihrer Sicht Alicia vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF im Jahr 2030 veröffentlicht. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Kann ich Ihnen aber gerne heraussuchen, wenn Sie wollen. Der Titel war Ich habe ihn noch im Kopf Violins in the lives of children and adolescence. Es war wirklich schrecklich. Bedenken Sie Alicia und bitte berichten Sie darüber. Mehr als 50% aller Kinder im Schulalter, fast eine Milliarde lebte in Ländern, in denen die Prügelstrafen in den Schulen noch nicht vollständig abgeschafft waren. Es kommt noch schlimmer. Sogar Babys wurden ins Gesicht geschlagen. Mädchen und Buben wurden sexuellen Handlungen genötigt. Alle sechs Minuten starb ein Jugendlicher oder eine Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren durch Gewaltanwendung. Alle zehn Sekunden starb ein Kind durch Hunger. Zum Großteil durch zu hohe Preise für Grundnahrungsmittel an den Börsen. Wie krank war das denn? Frage ich sie. Aber ich bin noch nicht fertig. Verzeihen sie meine Aufgeregtheit. Mehr als die Hälfte der jungen Opfer von Tötungsdelikten waren in Lateinamerika und im Nahen Osten Syrien Jemen Irak zu beklagen. Sie kennen das ja sicher denn das Gemetzel begann ja Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Mächtigen schauten teils ohnmächtig zu. Was für ein Zynismus. Da muss ich Ihnen zustimmen. Es erschreckend was sich vor den Toren Europa ereignet. Das kann ich bezeugen. Sie hat ja recht. Wir alle schauen zu. Ich kannte dieses schreckliche Ausmaß nicht. Kinder und Jugendliche millionenfach verrecken sich bei unseren Toren und wir bauen Zäune abgestumpft krank oder wie soll man so eine Haltung nennen. Ja Alicia diese Entwicklung der Kinder auf diesem Planeten war mehr als besorgniserregend. Wie Sie sich vorstellen können. Viele dieser jugendlichen Opfer wurden dann natürlich auch Täter. Das war ihre Erfahrung, ihr Lebensmuster. Schon klar. Kriminalität wurde sozusagen mit der Muttermilch eingezogen. Schrecklich, wirklich schrecklich. Es gab einfach keine Rechtfertigung für diese Apokalypse, für diesen fast zerstörten Planeten gegenüber der jungen Generation. Ergänzend muss ich noch erwähnen, dass die Artenvielfalt im Pflanzen- und Tierreich bis 2045 um fast 50% gegenüber Anfang des 21. Jahrhunderts dezimiert wurde. Diese Zahlen sprechen für sich. Mein Blutdruck steigt etwas an. Ich brauche einen Schluck Wasser. Ihnen, Frau Alicia, brauche ich ja nichts anzubieten. Obwohl, ich sehe, könnten Sie einen Schluck vertragen, wenn Sie kein Geist. Naja, lassen wir das. Ja, um diese Situation zu verändern und ein menschenwürdiges Leben für alle Lebewesen doch noch zu ermöglichen, braucht es Visionen und Perspektiven. Eine Art Zwischenlösung zur besseren Bekämpfung der Kriminalität wurde uns von Frau Professor Langthaler angeboten. Durch das Einschleusen von Atos, also das sind ja Minicomputer, das sind Mikrocomputer auf Quantenebene, falls Sie noch nichts davon gehört haben, in die Blutbahn kann jeder Mensch zu jeder Zeit an jedem Ort überwacht werden. Das kann aber nur eine vorübergehende Lösung sein. Mein Ansatz war jedoch ein anderer. Eine radikale Transformation des gesellschaftlichen Leben und der Bildungsmaßnahmen stand uns bevor. Sie kennen also auch die Langthaler dachte ich. Gut, das Gespräch mit Frau 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 Professor McKinsey das geht da jetzt noch weiter. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen einen Sprung bis in die Veränderung und möchte jetzt noch in diesem Kapitel noch die letzten paar Seiten vorlesen, damit wir das wichtige Kapitel, dass wir das auch wichtig abschließen können. Frau McKinsey sagte dann noch, die Ereignisse auf unserem Planeten waren ja bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus sehr dramatisch. Kriege mit autonomen Waffensystemen wurden geführt, autonome Waffen konnten Staatsführern mehr Macht und Kontrolle darüber geben, wie sich ihre KI-Roboter-Truppen in den Krisensituationen verhalten sollen. Diese autonomen Waffensysteme wurden die perfekten Soldaten. Sie widersetzen sich niemals einem Befehl, da dieser auch von einer digitalen Recheneinheit kam. Robotern fehlt aber das menschliche Einfüllungsvermögen. Dadurch wurden oft Krisen verschärft. Sie können sich sicher vorstellen, Alicia, eine Maschine kennt weder Verzweiflung oder Angst oder Hass. Sie hat keine Moral. Sie entscheidet entsprechend ihrer Programmierung und kennt natürlich auch kein humanitäres Völkerrecht. Wir, also die Vereinten Nationen, haben es Anfang 2020 verabsäumt, weltweit Kampfroboter zu verbieten. Die IT-Industrie, die Waffenlobby, gestützt von den Mächtigen dieser Planeten, wollten die Gefahren nicht erkennen. Im Gegenteil, die Führer der Großmächte erkannten natürlich, dass jene Großmacht, welche als erste über ein Arsenal von autonomen Waffensystemen verfügt, auch den Planeten beherrschen würde. Und so kam es dann auch. Das werden Sie, Alicia, wahrscheinlich noch eine junge Erwachsene sein. Ich will Ihnen nur im Schnellverfahren berichten, was sich alles zugetragen hat. Kriege in den arabischen Ländern, die S-Problematik war immer noch nicht ganz unter Kontrolle. Die Bürgerkriege in der Türkei, im Nahen Osten, in Teilen Asiens, in Europa, aber auch bei uns in den USA gab es große Unruhen, die einen Bürgerkrieg gleich kamen. Die vielen Krisenherde durch Einmischung der Großmächte in Afrika, Übung für diesen Planeten, um nur einige Brandherde zu nennen. Überall wurden diese schrecklichen autonomen Waffensysteme eingesetzt. China war neben Russland und den USA der globale Player für diese autonomen Waffensysteme. Die Lage spitzte sich dramatisch zu. Der Dritte Weltkrieg schien unabweichbar. Herrscher über den gesamten Planeten zu werden. Dieser pathologische Wahnsinn kreiste wie ein Virus in den Köpfen das Ende des Planeten schien besiegelt. Dann aber Dann geschah aber das Unerwartete. Damit hatten die kranken Köpfe der Führungsnationen nicht gerechnet. Im digitalen Vernetzungszeitalter erfahren fast alle Menschen alles. Die Angst vor dem eigenen Tod, dem Tod der eigenen Familie, eine panische Angst vor Zerstörung des Planeten bereitete sich raus. Diese Angst zog sich blitzschnell gleich einer Pandemie über den gesamten Planeten und das Erstaunliche und Berührende dabei war. Im ganzen Netz wurde ein Manifest verbreitet, ein Virus für Menschlichkeit könnte man sagen. Ich blende den Schirm am Holoschirm ein. Das Manifest Menschen Menschen dieser Erde beherzigt dieses Manifest die zehn Angebote für einen lebenswerten Planeten Erde. Erstens wir Menschen lehnen Folter, Gewalt und Tötung von Mitmenschen und Lebewesen ab. Zweitens wir Menschen lehnen Missachtung, Bedrohung und Einschüchterung von Mitmenschen ab. Drittens wir Menschen lehnen ab, dass Mitmenschen aufgrund ihrer Hautfahre, Herkunft, Religiosität oder sexuellen Orientierung diskriminiert oder verfolgt werden. Viertens wir Menschen lehnen ab, dass Mitmenschen durch Abhängigkeit Ausnützung ihrer Arbeitskraft erfahren. Fünftens wir Menschen fordern das Recht auf Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität. Sechstens wir Menschen fordern das Recht auf Gleichberechtigung, Umverteilung der Güter dieser Erde und ein menschenwürdiges Leben für alle. Wir Menschen fordern das Recht auf kostenfreie Nahrung, das Recht auf kostenfreie Sohnen, das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben an jedem Ort dieser Erde. Achtens wir Menschen verpflichten uns einander durch Mitgefühl, Zuwendung und Kooperation zu unterstützen, um jeden Ort dieser Erde frei von Grenzen und Nationalstaaten lebenswert zu gestalten. Neuntens wir Menschen verpflichten uns auf Augenhöhe entsprechend unseren Anlagen einen Beitrag zur Erhaltung einer friedvollen Gemeinschaft zu leisten. Und zehntens wir Menschen verpflichten uns, dass jegliches Handeln und Denken stets mit Respekt und Wertschätzung dem Wohle der Gemeinschaft dient, in dem Streben, in dem Streben, Schaden an Mitmenschen und der Umwelt Abzuwenden Sagenhaft sagt Alicia ich kann nicht glauben dass so ein humanistisch utopisch anmutendes Virus so viel Resonanz bekommen kann Ich bin sprachlos Wirklichkeit und Utopie wie nah wie weit wie fantastisch ist das Ganze hier Ja mit dem utopischen Manifest möchte ich da jetzt abschließen Es würde da jetzt noch weitergehen Aber also die Erklärung warum es dann wirklich so weit gekommen ist Ja das ist halt sozusagen das ist das Schöne an einem Roman Man kann auch ein sozusagen ein schönes Ende trotz aller Schreckigkeit und der überstandenen Heilkrise dann sozusagen aus dem Hut zaubern Das war also die Begegnung die geht da jetzt natürlich noch das ist ein ziemlich großes Kapitel dann was alles getan werden muss damit dieses Manifest natürlich erfüllt werden kann welche Bedingungen müssen da neu gesetzt werden etc. Wer muss entmachtet werden also da muss ja einiges passieren also vor allem auf der Bewusstseinsebene wie muss das Bewusstseins Niveau wirklich gehoben werden also was heißt wirklich Bildungspolitik also Bildungspolitik hat ja nichts mit Fakten Wissen zu tun sondern ja mit menschlicher Bildung ja das war das war's und gehen wir noch in die Fragestunde rüber oder ja genau gehen wir in die Fragestunde ja und Marc hat schon geflackert wer ist denn noch hier in der Runde da der Armin ist da Jenne bist du auch da ja ist auch da der Roman wird vermutlich auch ja ist auch da ja dann gehen wir mal von unten nach oben mal durch und Marc dein Mikrofon ja das Manifest das die Welt rettet aus Mitmenschlichkeit wie ein Virus sich durch das Netz bohrt und die Mächtigen glattstellt das ist natürlich eine schöne Story die 10 Gebote oder Angebote habe ich auch schon bei YouTube gesehen ich mache das dann schön in den Artikel unten als Kommentar rein gut danke super gut danke Marc noch eine Frage oder geht es dann direkt weiter ja ich hätte schon eine Frage die Apokalypse drei Bände und dann vielleicht diese erlös das erlösende Werk das mit dieser Vision dann gleich kommt und eine 10 Gebote sich selbst bewendende Änderung der Menschheit vielleicht doch noch hoffen lässt ja also und ich wüsste gerne welche Jahre sind also 14 15 16 war das glaube ich ne mit dem mit der Apokalypse ja genau ja das ist das ist bis dies rausgekommen glaube ich Ende 2015 und dann 16 17 18 habe ich die Alice geschrieben genau ja Gratulation ich habe auch ein Manifest geschrieben mit 300 Netzwerkern und das ist auch meine Hoffnung das ist tatsächlich so wir müssen da jetzt zusammenhalten ganz klar danke dir Marc und dann gehen wir weiter zum Roman Roman ja also wirklich toll das ist auch der Humor der ist auch ganz toll wie du das in dem Buch da eingebracht hast und du hast uns wirklich sehr viel vorgelesen aus deinem Buch da möchte ich dir auch danken das hat mir auch nicht allzu oft ich finde es ganz toll wie du so Lösungen eben präsentierst da drinnen auch da es regt ja zum Andenken an wie wir unser gesellschaftliches Miteinander besser gestalten sollten und auch die ganze Wirtschaft Umweltschutz lässt einfach nichts aus was an den Grundpfeilern der Freiheit und des Fortschrittes für die Menschen wichtig ist dafür sind wirklich es ist alles so einfach eigentlich wenn wir alles nachdenken wie wie wir miteinander umgehen sollten es liegt ja oft so daran dass wir uns oft selbst im Weg stehen aber in so einer Systemstruktur wo wir halt leben ist halt einfach nicht einfach und so regt dein Buch wirklich ganz toll an über Horizonte zu schauen und ja auch wieder für sich selbst einen gewissen Optimismus und Aktivismus wieder an aneignen zu lassen und ja und somit gebe ich einfach jetzt mal weiter vielleicht wenn ein paar Menschen ein paar Fragen haben weil Fragen in den großen Themen habe ich ja auch keine mehr da habe ich mir auch schon viel Gedanken gemacht aber das ist ja vielleicht eine kleine Fragerunde Zeit Danke dir Roman ja es ist eh das letzte Drittel wir kommen nachher auch zum Schluss und Fragen ich gebe gleich nochmal allen nur kurz das Wort jetzt aber erst einmal zum Janu und zum Armin damit wir den Bezug zum Kapitel zum Schluss nicht verlieren und danke dir Roman bis nachher Janne Ja danke für die spannende Geschichte und die tolle Zeitreise und also das ist das ist ja erschreckend auch wenn man so zuhört und überhaupt dann vergisst welche Zeit gerade ist und wo man sich dann gerade wo man die Welt gerade selber dann sieht und es ist ja eine wunderschöne Geschichte heute Abend gewesen Dankeschön dafür Dankeschön danke ja danke dir Janne und Armin ja also ich habe das sehr sehr aufmerksam zugehört und natürlich festgestellt dass du ja auch diese Narrative wie diese angeblich populistischen Rechten oder dieses diesen kreierten Begriff ich schätze mal das Wort auch die CIA gewesen sein mit Klimaschutz das ist natürlich totaler Nonsens es gibt Naturschutz oder Umweltschutz und so wie ich das sehe machst du das natürlich um die ja den Großteil der Menschen die ja unter Umständen nicht so weit denken und diese Narrative aufnehmen einfach aufzufangen oder ja wie soll ich jetzt mal sagen mit einzubeziehen und sie nicht einfach gleich komplett vor den ja wie soll man jetzt sagen einen Hammer auf den Kopf zu geben und sagen das was ihr hier da glaubt das ist alles Bullshit sondern dass es sich eben langsam eben auch in andere Gedanken reinfinden können dieses Manifest wo du da vorgelesen hast ist ja interessant natürlich funktioniert das nur wenn alle Menschen die gleiche Ebene haben weil wenn die einen hoch sind und die anderen niedrig dann läuft es immer gegen die Wand aber das ist dann Sache wenn es dann soweit ist dann muss man drüber reden ansonsten sehr sehr gut wenn es so ist dann dann brauchen wir gar nicht mehr drüber reden dann leben wir das ja schon der Weg dorthin ganz klar ist der heutige dass wir die Erkenntnis haben anders uns zu bewegen so würde ich das sehen das Manifest das ist wie die 10 Gebote sage ich jetzt einfach mal Anführungsstriche ne werde die Kirche die 10 Gebote verfolgen würden wir heute auch eine andere Welt haben und dieses Manifest ist für mich einfach wenn man sich daran hält dann geht es uns allen freilich also wir sind dann in unserer eigenen Freiheit und trotzdem Kreativität haben wir eine ganz andere Lebensqualität erworben so denke ich zumindest ja Peter du hast den Armin gehört ja danke Armin ja du hast vollkommen recht und die anderen haben das auch richtig bemerkt ist ja dieser Text der soll wirklich anregen zum Nachdenken und zum Diskutieren und da ist jetzt natürlich jetzt beim letzten Kapitel bei weitem nicht alles drinnen was notwendig wäre also ich habe versucht noch zu beschreiben was muss wirklich passieren dass das natürlich so ein Manifest zustande kommen kann und es ist total richtig da muss natürlich dieser Bewusstseinslevel angehoben werden und ohne Bewusstsein ich sehe heute ist die Anhebung der Bewusstseinsstufen ist einfach das Wichtigste das ist das wichtigste Bildungsanliegen das wir weltweit haben sollten und das ist ein richtig großes Problem das ist ein richtig großer Brocken weil wenn das nicht passiert dann sagen wir weit entfernt von so einem Manifest aber ja irgendwo ich glaube wir wissen alle dass jeder irgendwo so einen Beitrag leisten muss und irgendwie müssen wir halt da in kleinen Schritten in die Richtung gehen also man muss schauen ob man da ob noch was zu machen ist und die große Krise können wir nicht also ich glaube da glaube ich fest daran dass es so ist wir lernen nur über Krisen sei es jetzt im Großen oder im Kleinen das kennt ja jeder wenn man krank ist muss man durch die Heilkrise durch dann kommt Heilung und das passiert nicht anders und so ist halt auch der Planet heilt sich nur über große Krisen so wird es halt auch sein und da werden wir wahrscheinlich schon noch einiges zu bewältigen haben ob das jetzt unsere Generation ist oder die nächste ja man darf gespannt sein wo man dann wann man wieder inkarniert wird oder wie man das erlebt keine Ahnung ok danke Peter dann ist der Mark der möchte noch eine Meldung geben Mark bitte ich wollte ihm jetzt vier Zeilen des echten Manifestes mal durchsagen wenn ich darf wir haben wirklich mit 300 Mann ein Manifest erarbeitet das zur Unterstützung natürlich von der jeweiligen Situation das Leben ausschmücken soll ja Peter möchtest du das hören ja ja unbedingt gerne ja völlig also das Manifest stammt aus 2016 wurde von 300 Netzwerken nicht weiter kritisiert das Manifest waren damals die Sympathisanten des Terranetz Netzwerkes das ist so ein Ning.com Netz Community unterstützen folgende Punkte erstens freier Zugang zu jeglichem öffentlichen Wissen damit halt so auch Privatheit gibt dann freier Zugang zu Ressourcen wie Wasser Nahrung Energie und Wohnen was nicht heißt dass alles kostenlos ist aber wie die Community das dann löst das ist deren Sache dritter Punkt Recht auf freie Rede und Meinung damals in England musste man sich auf eine Kiste stellen und heutzutage haben wir das Internet und wir können die redefreie Meinung auch reden und der vierte und letzte Punkt ist mir eigentlich fast der wichtigste Recht auf körperliche Unversehrtheit gegeben aber immer Notwehr und Nothilfe jedweder Zeit und das ist nachzulesen auf illuminati.cracker.info Danke dir Ja Peter deine Worte Ja also das würde ich auch unterschreiben ist toll genau so das gehört sicher auch rein in sowas ist da auch irgendwo sicher auch irgendwo drinnen verpackt vielleicht ein Wort noch mit dem ein wesentlicher Punkt in dem Kapitel ist dass ich da auch vorgeschlagen habe dass wir dass die Geldwirtschaft wenn wir ein Manifest wirklich realisieren wollen dann muss der Finanzkapitalismus sozusagen gestrichen werden und das geht glaube ich konsequent nur wenn sozusagen das Geld wirklich abgeschafft wird also geht es jetzt nicht um Bargeld abschaffen sondern wirklich dass es keinen Geldverkehr mehr gibt weil an und für sich sind die Ressourcen alle da und es muss halt ein System entwickelt haben oder wenn man von hohem Bewusstsein ist dann wissen wir dass genug da ist dass jeder alles bekommen kann was er eben zum Leben braucht dieser freie Zugang den du erwähnt hast zu Wohnung Nahrung etc das ist ja alles da an und für sich man braucht sich das nicht kaufen es ist ein Grundrecht und das mit dem Geld das Geld ist ja nur da das ist ja nur ein Druckmittel und außerdem auch Vertrauenssache es funktioniert ja nicht wie wir sehen es funktioniert absolut nicht die Geldwirtschaft oder der Finanzkapitalismus hat uns wirklich dahin gebracht wo wir jetzt sind das ist ein Riesenproblem und ohne der Abschaffung des Geldes werden wir nicht weiterkommen Praktisch lebe ich ja fast wie im Kommunismus ich muss bekennen ich bin Frührentner ich bin deswegen auch sehr engagiert in sozialen Netzwerken ich danke dem Herrn dass ich so leben darf wie ich leben darf es ist sehr knapp und dafür habe ich zur Ergänzung das Holzgeld entwickelt ich habe schon 500 Holzteile verteilt und ja die Menschen nehmen das gerne als Geschenk so einen Holztaler den brenne ich dann mit dem Wunschmotiv und dann fühle ich mich so vor im Netzwerk wer könne was mit welchem Talent also ich lebe das schon ein Stück weit ohne Geld ja also es gibt glaube ich genug Ideen wie wir das erisieren können also das ist glaube ich wirklich nicht das Problem ich danke dir Marc jetzt gehen wir nochmal schnell Abschlussrunde noch ein paar Worte dir hat es gefallen vermutlich mal Marc so wie du dich eingebracht hast machen wir nochmal einen Rauswinker weil wir jetzt langsam wieder zum Schluss kommen der Sendung und Marc nochmal kurz wie hat es dir gefallen also ich fand es fantastisch ich habe auch einen guten Kommentar geschrieben dazu ich werde mir das Interview noch anschauen aus Wien und dann vielleicht ja bleiben wir in Verbindung ich schreibe dann mal eine nette E-Mail und stelle mich mal vor mit den Holzgewerken vielleicht ist das ein fruchtbarer Boden fürs nächste Buch ich würde mich freuen gerne danke super super Jänner nein Quatsch Roman danke Jänner danke nochmal auch an dir Thomas und ja ich möchte vielleicht auch noch einen kleinen Tipp mitgeben wenn wir so wie die Manifeste jetzt am Schluss so gesprochen haben du hast ja gesagt in deinem Buch da müsste ja noch viel mehr erwähnt werden und so ich weiß wie schwierig es ist so viele Gedanken für eine konstruktive Gesellschaft sie zu machen ja wie sie am besten funktionieren könnte toll hast du es gemacht durch den dass du es in einen Roman gepackt hast dadurch ist es besser transportierbar ich habe es auch mal versucht zu Reformen für die Welt zu deklarieren da dauert 4,5 Stunden das Video und in 2 Stunden liese ich da auch alles vor was ich mir so vorgestanden habe da habe ich nonstop 2 Stunden durchgelesen man merkt wie trocken das zwar ist aber sehr wichtig das Thema da sollten wir uns vielleicht auch mal eine eigene Sendung dafür gestalten wo man vielleicht Tipps geben wer tolle Ideen dazu hat empfehlenswert ist auch das Buch 2020 von Bauchi es ist ja auch ein utopischer Roman von einer Zeitreise der auch die Lösungen und die Widrigkeiten zugleich aufzeigt vielleicht am Schluss auch eine tolle Hollywood Serie 2 Black Mirror oder Electric Dreams schaut euch an wenn ihr mal wissen wollt was man mit der Technik vielleicht auch noch alles falsch machen kann sie zahlen zwar auch positive Sachen auf aber es ist doch mehr auf das was schieflaufen kann wie zum Beispiel wenn ein Richter sagt sie haben jetzt ein Verbrechen begangen und sie werden jetzt von der Gesellschaft gespammt und dann sieht die ganze Menschheit weil alle einen Chip haben nur noch einen blinden Flagg wenn du da gehst sie können die nicht mehr hören die nicht mehr sehen es gibt Gefahren und es gibt auch gute Prognosen für die Zukunft die Technik darf man nicht grundsätzlich verteufeln möchte ich vielleicht nur erwähnen sie wird unabdingbar sein für die Entwicklung aber wir müssen auch noch schauen dass wir unsere Natürlichkeit bewahren die Kultur sollte die Technik die Technik sollte die Kultur nicht ablösen ok dann nochmal danke für die tolle Sendung danke danke für deine Hinweise vielleicht kannst du mir diesen Link vor deinem Video schicken würde mich interessieren was du da setzen wir doch unter auch Artikel drunter Roman bei Rokitok Entschuldigung ich habe jetzt den falschen Knopf drückt ich habe bei Artikel die Kommentare habe ich das schon reingeschrieben einen Videolink kann ich nicht machen weil das ist ja ein Hollywood Ding man findet schon irgendwo das in den Läden zum Nachschauen Black Mirror und Electric Dreams und wenn es positiv sein soll natürlich der grüne Planet von Colin Sirot das ist der lehrreichste lustigste und rührendste Film überhaupt also wenn man dann zu viel Black Mirror und Electric Dream geschaut hat danach grünen Planeten dann kann man wieder positiv auftanken nach dem schweren Filmthema ok danke ja danke dir Roman und jetzt ist der Jene da Jene ja da das alles so schön schon gesagt wurde halte ich mich eigentlich recht kurz und bedanke mich für den schönen Abend und auf wünsche also auf dem Wiederhören und ja tschüss danke dir Jene und dann ist der Armin noch da Armin der Abend auch für dich der Abend für mich war sehr interessant ich danke dir für deine Zeit die du hier investiert hast um uns aus deinem Buch vorzulesen sehr bewegend zum Anfangskapitel da möchte ich noch sagen also ich habe erst vor kurzem habe ich mir bezüglich diesen Alan Tusk der da irgendwelche Satelliten da hochschießen will mit dem X5G und dem ganzen Zeugs dass sie mittlerweile schon so weit sind dass sie eben diese Chips implantieren wollen in die Menschen und sie sagt natürlich die Tests beginnen erst in einem Jahr aber ich bin mir sicher dass die so eine Ankündigung nicht machen wenn sie nicht schon vorher getestet hätten und da sind sie jetzt schon so weit dass du mehr oder weniger du kein Smartphone mehr brauchst sondern dass der Mensch selber eigentlich das Smartphone ist ich denke das geht genau in die Richtung mit diesen Nanobots die dann hier alles in deinem Körper regulieren können und ja wir müssen aufpassen wohin wir uns bewegen und ja das war es eigentlich nochmal vielen Dank ja Marc flackert noch Marc kurz ja wenn er eine Wunschmünze aus Holz kann ich die machen weil er ein sehr waches Bewusstsein hat und gute Gedanken und und zielführend das auch auseinandergesetzt ist das Buch fand ich sehr interessant ich würde gerne wissen was würde er auf seine Wunsch Holztaler drauf haben Vorder- und Rückseite bitte die Frage wäre an mich gestellt jetzt genau also so die UNO macht Friedenstauben und so Sachen genau ja so ad hoc weiß ich jetzt gar nicht da müsste ich nachdenken aber es ist eine gute Idee ja dass man so ein Symbol ja da schreibe ich noch ein E-Mail ja schreibe wir da genau ja machen wir das so ja da muss ich da muss ich mir noch was einfallen lassen ja genau in der Ruhe liegt die Kraft lieber Peter da muss man sich ja jetzt nicht entscheiden mach dir mal ein paar Gedanken dazu es ist schön von dir Marc dass du das anbietest ja Peter wie hast du den Abend für dich empfunden ich denke mir du hast auf jeden Fall ein ja ein Manifest sage ich schon dein Roman geschrieben der unheimlich vielseitig ist wo man sehr viel mit rausnehmen kann also nicht nur ein Roman ich sage es bei einer kleinen Schnulze sondern da ist schon ein richtig großes Potenzial des Verständnisses bewusst werden wie wir heute leben und auch wie es sein kann und ein positives Ende das Manifest wäre natürlich sofort zu unterstreichen dass es auch unser Ziel ist dass wir das umsetzen wie lange hast du daran jetzt geschrieben Peter naja schon knapp drei Jahre habe ich daran geschrieben die Ideen und alles wie gesagt ich habe es eingangs erwähnt wenn man so etwas schreibt muss man viel recherchieren da ist fast mehr Recherchearbeit als Schreibarbeit man muss viel lesen und schauen was nimmt man da raus aber es war für mich ist es spannend und für mich macht es halt Sinn und für den heutigen Abend weil du das vorher angesprochen hast kann ich mich nur bedanken dass ich den Raum und die Zeit bekommen habe und diese wunderbaren Rückmeldungen und vor allem dass ich auch eure Zeit und Aufmerksamkeit bekommen habe weil ich glaube es ist halt wirklich ein Thema das uns alle angeht und berührt und mich jetzt freuen wenn man da egal wie klein oder wie groß was immer da auch entsteht wenn ihr Anregungen habt oder so dann schreibt es mir E-Mail also es ist ich glaube es ist wirklich Zeit es muss jeder jetzt irgendwie da ran weil sonst ich glaube dass es schon 5 nach 12 ist aber man kann auch 5 nach 12 noch was machen Peter ich danke dir für deine Zeit und das ist ein Script was ich sage sollte jeder doch zu Hause haben wer sich zumindest ein bisschen mit bewusst werden und Zukunft und ja mystisch ist jetzt nicht unbedingt aber Neugier für das neue Unbekannte ja sollte doch wohl jeder haben und über die Homepage könnt ihr das vom Peter Zimmermann auch erwerben wenn ihr das wollt das ist www.alysia mit y minus oder bindestrich roman.com und die E-Mail die Petra gerade angesprochen hat ist Peter Zimmermann 771 at gmail.com ja Peter bist du gleich noch auf dem Surfer für einen Nachttalk oder bist du gleich sofort hier raus ich glaube ich bin jetzt im Moment raus ich brauche jetzt ein bisschen eine Pause es ist doch ein bisschen anstrengend ich muss was trinken und so aber vielleicht klicke ich mich dann noch rein was passiert jetzt im Nachttalk eigentlich bei euch da da wird wohl noch mal so ein bisschen zwischen den Zahlen gelesen und ausgetauscht und ja und wenn da noch Menschen Fragen haben könnte man noch mit dir einen Austausch machen aber wenn du sagst du bist nicht da dann ist das auch in Ordnung denn der Abend überhaupt über zwei Stunden hier für uns die Zeit zu nehmen muss ich immer wieder ein Dankeschön sagen ja Peter du entscheidest und wir freuen uns ok gut auf alle Fälle sage ich vorerst einmal Dankeschön und ja ich hoffe wir hören und plaudern wieder einmal ja auf jeden Fall eine Einladung steht sicherlich früher oder später wieder an wir bleiben da eh im Kontakt Peter dann würde ich sagen machen wir den letzten Song den spielen wir jetzt ein und dann kommt das Nachtprogramm und da heißt es jetzt Are you with me und ich weiß nicht ich bin kein guter DJ das muss ich nicht sein nennt sich Amada Music Lost Frequences Musik ab euch einen schönen Abend lasst es euch gut gehen vielleicht bis gleich im Nachttalk ciao a ein ein ist Art ein 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 das auch sich a a a Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.